Und dann kommst du mit Junge und Alter, das geziemt sich nicht. Digga, was geht bei dir? Wo warst du die letzten 30 Jahre, Mann? Die haben eine Meinungsfreiheit. Jeder kann sagen, was er möchte. Und wenn du uns davon getriggert fühlst, dann hörst du dir nicht an. Aber warum müsst ihr, wenn ihr euch immer getriggert fühlt, wenn jemand seine Meinung sagt, warum müsst ihr immer drauf eingehen? Ignorier ihn doch, wenn es dich so geht. Das heißt, für mich, wenn ich jetzt hier mit dem Kian eine ordentliche Unterhaltung führen will, muss ich mir irgendeinen Scheiß anhören, den ich nicht hören will. Ja, wie zum Beispiel. Für mich sind das Respektlosigkeiten. Weil ich nenne ihn auch nicht Junge. Schau mal, nochmal Hopeless. Ich habe so eine dicke Panzerhaut, dass es mich nicht kümmert, wie mich jemand anspricht. Sonst würde ich jeden Tag zu Hause sitzen und würde ich weinen über die lustigen Memes, die kleine Kinder, unreife Menschen wie Löwenherz und Hob und andere produzieren. Dann würde ich heulen. Dann würde ich sagen, die haben ein Bild von mir genommen und haben das gemacht. Mache ich nicht. Ich akzeptiere diese Challenge. Ich akzeptiere das. Wenn man da rausgeht und etwas gegen diese giftige Religion sagt, dann sagt man etwas gegen die meisten islamischen Kulturen da draußen. Ich akzeptiere das. Ich akzeptiere, dass es diese Konflikte gibt. Und deswegen kümmert es mich nicht, ob mich jemand verletzt. Aber Leute sollen sich auch nicht daran stören, dass ich nicht besonders viel Respekt... Ich muss dir keinen Respekt entgegenbringen. Ich kenne dich nicht. Wir haben nichts zusammen miteinander getrunken. Ich weiß nicht, was deine Motive sind, hier hochzukommen. Am Ende kommst du, ha, 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 ich wollte dir nur ausrichten, Kieran, du bist ein Haarsohn. Und dann haust du ab. Ich muss gar nichts. Ich muss euch keinen Respekt entgegenbringen. Und Respekt kriegen nur die Leute, mit denen ich ein Stück durchs Leben gelaufen bin. Und ich habe mit dir keinen Schritt im Leben unternommen. Und deswegen bitte akzeptiere, in meinem Stream heule ich nicht rum, wenn ein typisch Andi oder ein Simba Moon plötzlich mal was sagt, was nicht politisch korrekt ist. Aber weil du bis jetzt, bis jetzt so redest, wie du redest, unterlasse ich diese Dinge wie Junge, die ich eigentlich auch nicht absichtlich gesagt habe, sondern ich habe sie gesagt, weil sie mir so rausgerutscht. Und das ist nun mal so, wenn man in Livestreams ist, da sagt man Dinge, die einen rausrutschen. Es ist nicht alles strafrelevant, nur weil man sie so ausspricht. Dann jeder Richter der Welt würde sagen, das hat er hier im Effekt gesagt. Jeder Anwalt würde so etwas runterspielen. Es geht gar nicht um diese Sachen. Und das ist das, was ich meine. Alles, was ich sagen möchte, ist, meine Islamkritik wurde von mir gewählt. Ich habe mich entschieden, so gegen toxische Gruppen vorzugehen. Anna Odessa, was meinst du mit Gib uns Anweisung? Kannst du das vielleicht mal kurz schreiben, was du damit meinst? Damit ich... Ich bin gerade darum, weil die ganze Zeit welche aus Laluschi's Stream hier hoch wollen. Und da hat der Speedy Guard gefragt, was wir machen sollen. Ob wir die hochnehmen sollen oder blockieren sollen oder... Ah, okay. Okay, also noch einmal. Wenn Leute... Ich habe tiefste Verachtung für diesen Zirkel. Ja? Ich habe tiefste Verachtung für diesen Zirkel. Sie spielen in meinem Leben überhaupt keine Rolle. Einige von denen werden eine Rolle spielen. Und sie werden schnell spüren, dass sie eine unfreiwillig eine Rolle spielen werden. Aber es ist... Nein, holt diese Leute nicht hoch. Es ist völlig unwichtig. Und schau mal, hier ist auch wieder so einer Fantastien. Da gibt es nicht. Gestern hieß ich nicht La Bomba, sondern Rambo. Und diese Accounts werden mir freundlicherweise immer von Leuten erstellt. Denn ich selbst habe noch nie einen TikTok-Account erstellt. Die Leute haben mir TikTok-Accounts erstellt. Und diese Accounts heißen eben heute Petrus. Und gestern war es ein Account, den jemand Rambo genannt hat. Ich habe keinen Einfluss auf die Namen. Ich gehe einfach hoch. Ihr seht, ich mache keinen Content. Ich lade keine Videos hoch. Weil ich diese Plattform einfach abstoßend finde. Und was ich dir alles sagen... Was ich dir hopeless sagen möchte, ist... Ja? Meine Islamkritik wurde von mir auf die Art und Weise gewählt. Und ich weiß... Wir beide kommen wahrscheinlich aus dem islamischen Kulturraum. Wir beide wissen, dass so viele Großmäuler in diesem Kulturraum zu finden sind. Und ich werde nicht wie ein Kätzchen hier auftreten, während Löwen nach mir beißen wollen. Also werde ich selber zum Löwe. Ja? Wenn ich mit einem Kind rede, ist dir schon mal aufgefallen, ich meine, ich bin Vater von zwei Söhnen. Und ich weiß, was meine Söhne waren, als sie klein waren. Wenn du ein Kind hast, hast du mit deinem Kind, als er drei oder vier, fünf war, gesprochen wie ein Erwachsener? Nein. Ich passe mich lediglich der Sprache in diesem Chat an. Der Sprache auf TikTok. Ich kann mit Hinterwäldler einfach nicht so sprechen wie mit zivilisierten Menschen. Ich kann mit diesen Leuten nicht so reden. Und deswegen passe ich meine Sprache an. So wie ich meine Sprache anpasse, wenn ich mit einem kleinen Kind spreche und sage, Na du Kleiner und ja, und Kumpapa hat gesagt. Das, ich passe mich lediglich dem Klima an, in dem ich mich bewege. Ich hoffe, ich habe das ein bisschen erklären können. Hopeless. Ja, ich habe das verstanden. Ich habe das verstanden. So, jetzt ist die Frage, jetzt ist die Frage, welches Klima, welches, also beziehungsweise mit welchem Klima redest du? Weil ich kenne, ich kenne eine ganze Reihe von Leuten. Ja, ich kenne Leute, die sind Shisha-Bar. Es gibt Leute, die sind intellektuell auf dem Next Level. Ja, und es gibt Leute, wo ich sagen würde, jetzt wie ich, Mittelmaß. Ja, die Frage, das ist die Frage. Ja, was überwiegt? Das, was überwiegt? Weil, wenn ich mir deine Ansprachen höre, ja, finde ich diese irgendwo ein bisschen traurig, weil ich das deinem intellektuellen Niveau nicht zusprechen kann. Das ist irgendwo, irgendwo ist das so untere Schublade. Ja, okay. Ich meine, ich meine, ich meine... Hopeless, Entschuldigung, bevor ich mit dir jetzt weiterspreche, kannst du bitte das heutige Datum und die jetzige Uhrzeit nennen, bitte? Warum ist das so interessant? Das ist, wir haben 11.39 Uhr, 26. Ich habe von Anna adaptiert und ich finde die Idee interessant. Ich finde das gut. Von mir aus 11.39 Uhr, 26.03.2024. Recht herzlichen Dank. Gut, schau mal, Hopeless, du weißt, dass du kein Schäfchen bist. Du weißt, dass du in der Clique von Fashion und Co. rumhängst. Öfters als zum Beispiel beim jüdischen Lager oder beim islamkritischen Lager. Ja, da schmeißt mich die Anna Odessa immer wieder raus. Naja, du hast sozusagen schon entschieden, wo du dich geistig mehr zu Hause fühlst. Du fühlst dich auf jeden Fall unter Ex-Muslimen nicht wohl und nicht unter Juden wohl. Nein. Und dann muss ich dir noch dazu sagen, die ganze Diskussion, schau mal, deine Worte kommen zu harsch rüber. Hopeless, denkst du nicht auch, dass ich im Grunde genommen keinen Wert legen muss auf deine Feststellung und Beobachtung? Natürlich musst du darauf keinen Wert drauf legen. Und Hopeless, würdest du nicht Menschen auch eingestehen, dass sie facettenreich sind und ganz unabhängig vom intellektuellen Level, dass man da auch ein bisschen derber sein kann, auch mal humorig unterwegs ist und auch mal neun gerade sein lassen kann? Ich habe keine Ahnung, aus welcher Moralpolizei du stammst, aber deine Attitüde, Bro, hey, nicht mein Style. Ja, das ist dein Ding. Es muss ja, wie der Kion schon gesagt hat, muss ja nicht jedem gefallen. Darf ich dich mal fragen, Hopeless, gab es nicht mal eine Feststellung von dir, wo du gesagt hast, dass vor ein paar Jahren Palästinenser bei einer Demonstration Juden ins Gas geschrien haben in Berlin? Nein. Du verwechselst mich da. Aber dir ist klar, dass es Palästinenser gegeben hat, die das gerufen haben? Ich habe sie mit meinen eigenen Ohren nicht gehört. Okay. Und ich vertraue auch nicht jeder Quelle, die mir das erzählt. Okay. Nur so ein kleiner Hinweis. Ich bin ein Mensch, wenn ich etwas sage oder wenn ich eine Behauptung stelle, dann nicht das, was die Bild-Zeitung schreibt. Oder was irgendwelche Medien in den Dings werfen. Wenn ich das selbst gehört habe, wenn es dazu ein Video gibt und ich höre das heraus, dann verurteile ich das. Okay. Das heißt, wenn du zum Beispiel in den Chats, wo sich viele Muslime bewegen, in denen du dich auch bewegst, zum Beispiel jemand sagen würde, Juden ins Gas, dann würdest du... Dann würde ich das verurteilen. Dann wäre ich der Erste, der da aufschreit, hey, was soll das? Alles klar. Alles klar. Gut. Da ich nicht überprüfen kann, ob du das ernst meinst, nehme ich dich beim Wort. Ja, du kannst... Aber es ist okay. Es ist nicht wichtig, ob es so rüberkommt, als wenn ich dich bei Wort nehme. Für dich hat das überhaupt keine Bedeutung. Ich kann alles erzählen und ich erwarte auch nicht, dass du sagst, oh, danke schön. Das meine ich nicht. Ich meine es nur als Bestätigung dafür, dass ich dich bei Wort nehme. Okay? Und das sind die Realitäten. Was sagst du denn, dass aus dem Lager, aus dem Fashion-Lager, Leute geschickt worden sind an meine Haustür? Ist das bewiesen, dass die aus dem Fashion-Lager kommen? Fashion kündigt es an, jemand steht an meiner Tür. Fashion macht einen Trailer, veröffentlicht einen Trailer, ein Ankündigungstrailer meines Hausbesuches und veröffentlicht den Hausbesuch an meiner Tür. Wie groß ist die Beziehung zwischen Wissen und der Ausführung dieser Tat? Denn ist es nicht interessant, dass wenn ein britischer Muslim vor meiner Tür steht, der mit einem starken britischen Akzent an meiner Tür rumschreit und ausgerechnet ein Fashion an dieses Material kommt, Er der Erste ist, der es veröffentlicht. Willst du mir erzählen, es gibt da keine Beziehung zwischen denen? Kurz und knackig kann ich dir jetzt nicht sagen. Kann ich dir offen und ehrlich sagen. Das ist meine ehrliche Antwort. Ja, darf ich mal kurz ausholen. Also, kann ich dir nicht sagen, ob das so tatsächlich so ist, ja. Aber ich denke mal, in Deutschland ist man ja erst schuldig, wenn die Schuld bewiesen ist. Gut, das ist mir sowieso klar. Aber trotzdem gibt es Koexistenzen. Jemand sagt, pass auf Kieran, du wirst was erleben. Dann kommt ein Hausbesuch und dann kommt ein, dann kommt ein Hausbesuch. Dann kommt ein Fashion und sagt, du wirst exposed. Und dann kommt ein Hausbesuchvideo, ein Trailer von 37 Sekunden. Und dann wird der Trailer an einem bestimmten Tag angekündigt und dann kommt der ganze Hausbesuch, wird veröffentlicht. Und du willst mir erzählen, es gibt keine Beziehung zwischen Fashion und diesem Hausbesuch? Also, ich würde gar nichts erzählen. Ich sage lediglich, dass man in Deutschland erst schuldig ist, wenn die Schuld bewiesen ist. Ja, Entschuldigung, nochmal. Weil was ich weiß, was ich weiß über dieses Video, ist, dass dieses Video generell herumkursiert und nicht nur bei Fashion. Fashion war der erste, der mit einer Drohung gekommen ist. Dann gesagt hat, es gibt ein Teaser-Video. Das Video hat er reingestellt ins Internet. Und dann hat er das Hauptvideo veröffentlicht. So, wie kommt ein Fashion aus Berlin an ein Video, das von einem Briten, einem britischen Muslim in London gedreht worden ist? Gute Frage. So, vielen Dank. Das ist zumindest ein Punkt. Ja, und jetzt zeigt mir mal ein Video von meinem Teaser gegenüber Fashion, wie ich zu seinem Haus laufe oder seine Familie belästige oder sonst irgendetwas. Tatsache ist, er hatte das Material, er hat es veröffentlicht und die Polizei und mein Anwalt sind nicht so doof. Und er war so doof und hat es auf seinen eigenen Konten eröffnet. Er war so doof und hat es auf YouTube veröffentlicht. Er hat mit seinem eigenen Namen, hat er den Hausbesuch sozusagen angekündigt. Die Beziehung ist schon da in dem Moment, wo er das veröffentlicht hat unter seinen Profilen. Da reicht es schon. Und dann wird es noch weitergehen. Er hat einen Instagram-Account gegen mich aufgemacht. Er hat einen YouTube-Account gegen mich aufgemacht. Die Staatsanwaltschaft wird sagen, der Typ hat echten Beef mit dir. Die werden eins plus eins zusammenrechnen und werden sagen, oh, da gibt es eine Beziehung. Es ist nicht so, dass er sich herausziehen kann aus der Sache, indem er sagt, da gibt es keine Verbindung. Wie kann er denn sagen, hat er Beweise? Die Beweise werden zusammengesetzt. Und im Zweifelsfall geht es für mich und nicht für ihn. Im Zweifelsfall immer für den Angeklagten. Das ist Bullshit. Das ist die Wahrheit. Das ist Bullshit. Und vielen Dank für deine Profession-Position. Deswegen glaube ich dir deine Nettigkeit an. Du bist, was du bist. Die Aussage im Zweifelsfall für den Angeklagten ist Bullshit. Das Gericht hat immer noch Ermessensspielraum gehen. Deswegen kann genauso ein Mann für die Vergewaltigung verklagt werden, auch wenn es keine direkten Beweise gibt. Weil hier das Gericht sich die Aussagen anschaut und dann selbst entscheidet, welche Aussage glaubwürdiger ist. Also die Aussage im Zweifelsfall für den Angeklagten ist halt einfach falsch. Ja. Und alles sieht danach aus, als dass Fashion hat selber eine Spur im Internet gelegt, die ich Gott sei Dank dokumentiert habe. Und nicht nur ich. Die auch sichergestellt worden ist, diese Spur. Er hat eine Spur gelegt und diese Spur führt zu ihm. Denn niemand anderes hat das Video, er hat das Video kursieren lassen. Selbstverständlich hat er das unter diesen toxischen Migrantengruppen, den Dschihadi-Gruppen und den Deutschlandfeinden und diesen Dummdeppen wie Löwmerz und dieser Kapu-Jüdin Hoop, hat er das auch zirkulieren lassen. Und die haben das auch zirkulieren lassen. Aber der Erste, der es angekündigt hat, per Wort, das war Fashion. Und der Erste, der ein Teaser-Video veröffentlicht hat, war Fashion. Und der Erste, der den Hauptbesuch an meiner Tür veröffentlicht hat, war Fashion. Und deswegen, er hat dann YouTube-Kanal und Instagram-Kanal gegen mich aufgemacht. Die Staatsanwaltschaft und mein Anwalt werden sicherlich sagen, da hat jemand tatsächlich ein ernstes Problem mit dir. Und dann werden sie fragen, Kieran, wie sehr warst du eigentlich in seiner Welt? Wie sehr warst du in seiner Welt? Hast du ihn gestalkt? Hast du ihn belästigt? Hast du schlimme Sachen gegenüber seiner Familie getan? Hast du seine Reifen plattgestochen? Hast du dies gemacht oder jenes gemacht? Und so weiter und so fort. Und dann würden sie sehen, von meiner Seite kam nichts. Aber er hatte ein Motiv. Und dieses Motiv hat er bedauerlicherweise, hat er auch noch dokumentiert im Internet. Deswegen, vielen Dank, Hopeless. Ich werde dich jetzt runternehmen, weil ich nicht glaube, dass du eine ehrliche Haut bist. Aber ich danke dir, dass du bis jetzt wenigstens moderat geblieben bist. Aber ich nehme dir deine Nettigkeit nicht ab. Dazu bin ich schon zu alt. Und das reicht für mich komplett. Dann wünsche ich dir dennoch einen schönen Abend und alles Gute. Ja, wünsche ich dir auch. Tschüss. Mach's gut. Ja, also typisch Andy, Simba Moon. Ich meine, wenn jemand großspurig Hausbesuch ankündigt, großspurig einen Teaser-Video veröffentlicht, ein Kurzvideo veröffentlicht über den Hausbesuch. Wenn jemand aus England mit einem starken britischen Akzent, der also auch in England geboren ist, meinen Namen in den Mund nimmt und so weiter und so fort. Wenn Fashion in einem Stream sagt, Kian hat seine eigene Adresse geleakt, was ich nicht glaube, dass ich gemacht habe. Aber dann zeigt es, dass er eine große Interesse hat, mitzustören. Aisha war erst sechs Jahre alt, schreibt gerade rein, dass ein Löwenherz-Modi ist. Kannst du den rausmachen? Es werden wieder Leute entblockt. Ja, Löwenherz, der ist wirklich ein Schaummann. Aber Löwenherz, wir treffen uns mal im wirklichen Leben und dann reden wir mal. Du hast ja gesagt, ich bin kein richtiger Mann. Und dann unterhalten wir uns mal von Mann zu Mann. Und dann kann ich ja mal sehen, ob du da mit deinem Micky-Maus-Kampfsport dann noch weiterkommst. Ich kann auch wie ein Kanacke mich verhalten. Und glaubst mir. Erbärmlich, wie tief Löwenherz gesunken ist. Und zum Thema Fashion. Ich kenne ihn ja, habe ihn ein paar Monate beobachtet. Und der Typ, liegen und doxen, das ist sein Brot und Butter. Der ist, was das angeht, schmerzfrei. Hat auch kein Problem damit, Telefonnummern zu veröffentlichen. Und auch mir hat er Angst gemacht, von wegen, dass er wüsste, dass ich aus Hannover starbe. Ganz krank. Ja. Den Roy soll es am besten auch gleich löschen, schreibt der Winkelschleifer. Okay. Wie ist das? Ach, das ist so ein angehender Vater. Ein Vater, der, der, ach, der, meine Güte, der Vater von einem Kind wird, der eine junge Frau zu Hause hat, spielt wie ein kleines Kind hier rum. Himmel, Löwenherz, werde erwachsen. Ich sehe ja auch keinen Bart in deinem Gesicht. Du siehst auch aus wie ein Kind. Ja. Lass dir ein paar Haare im Gesicht wachsen und werd reif, Junge. Werd reif. Komm zu, komm zu dir. Komm zu dir. Himmel. Moment, bitte. Immer ganz kurz hier. Okay. Moment, bitte. Eine Sekunde her. Ist der ein Lutscher, ist das er? Ist das eine Flasche? Ja, wirklich, der ist. Ist das eine Flasche? Er regt sich auf, hör mal Meinungsfreiheit zu. Ja, Meinungsfreiheit kann auch mal hart sein. Ach, 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 ach. Das ist generell. Du schaust dir die muslimische Gemeinschaft an, als da diese Mohammed-Karikaturen gekommen sind. Da sind sie auch alle ausgerastet. In der christlichen Gemeinschaft gibt niemand einen Terroranschlag, weil jemand eine böse Karikatur über den Papst macht oder über Jesus. Ihhh, sind das Flaschen. Ich finde das so lächerlich. Das macht er mit jedem. Der Löwenherz ist nicht mal besonders kreativ. Aber warte mal ab, Löwenherz. Im übernächsten YouTube-Livestream mit Zuschauer bis zu 1000 Zuschauer, kann ich mir sehr gut vorstellen. Du wirst danach ein Superstar in der islamkritischen Szene. Ja, wird alles gut. Wird alles gut. Nein, Mambo, du kommst nicht hoch. Oh, der hat mich vorhin, das ist ein Landsmann von mir und auch in der Lalushi-Bubble unterwegs. Der ist da ganz, ganz oft. Ja, und der hatte auf Albanisch geschrieben, damit natürlich niemand außer ich das verstehen kann, was der schreibt, hat geschrieben, ich soll Kian nicht, wie heißt das, in den Arsch kriechen, ich Stück Scheiße, TikTok-Sportlich. Ja, okay, alles klar. Ich sage nur, dass du eine transsexuelle oder homosexuelle Neigung hast und ausgerechnet mit Leuten da sind, die den ganzen Tag Wörter wie Schwuchtel in den Mund nehmen. Ja, viel Spaß in so einem Klima. Aber ihr seid auch alle geisteskrank. Und so mit der Hope, was macht da in dieser Bubble, da sind Leute drin, die Israel den Tod wünschen, die in ihrer Biografie auf TikTok stehen haben. Herzchen und endlich, from the river to the sea. Ja, ich weiß nicht. Wenn es gar nicht ausruft, ist Israel auszulöschen, was soll das dann sein? Ja, also du musst dir mal vorstellen, eine Jüdin verliert am 7. Oktober Angehörige und dann geht sie ausgerechnet in den Stream und teilt ihre Freude über das Beleidigen eines Ex-Muslims und Anna und Svetlana, zwei jüdische Frauen, da mit größter Freude. Und erkennt gar nicht, dass im Chat die ganze Zeit gegen sie gesprochen wird. Und jetzt sagt sie, in dem Konflikt mit mir sagte sie, bist du einverstanden, damit das Gaza kaputt gemacht wird? Ich habe gar nichts zu melden. Ich drücke weder, fahre weder einen Panzer, noch drücke ich irgendeinen Knopf und schieße eine Rakete ab. Aber wenn sie wissen will, ob ich damit einverstanden bin, ich bin einverstanden mit der Linie der IDF. Ja, bin ich. 100 Prozent. Die gehen meiner Meinung nach zum Teil noch viel, viel, viel zu seichte vor. Aber wenn man sich anschaut, was andere Länder im Krieg gemacht haben, wie die USA nach 9-11 reagiert hat, da stupst Israel die wirklich nur an im Vergleich zu dem, was die USA nach 9-11 gemacht hat. Was die USA in anderen Ländern macht. Israel warnt die Leute vor, bevor sie die Häuser bombardiert. Deswegen gibt es ja Videos, wo sie mit Kamera aus fünf Perspektiven mit perfekter Beleuchtung 30 Sekunden vor dem Haus stehen, bevor es angegriffen würde. Und die Amis, die meckern da nicht rum. Die drücken aus ihrem Bunker der Arizona einen Knopf und löschen eine ganze Hochzeitsgesellschaft aus, weil der Brautstrauß theoretisch auch eine Waffe sein könnte. Und niemand sagt was. Aber wehe Israel macht irgendwas so. Ja, ganz genau. Das sind die gleichen Leute, die diese Houthi-Terroristen feiern, weil die sich ja gegen einen Völkermord einsetzen. Ja, so sterben da keine Menschen. Oder ich weiß nicht, Andi, du warst ja auch mal da, wo ich hochgegangen bin, wo die Leute in dem Stream hier Saddam Hussein gefeiert haben, was so ein geiler Mann ist. Und dass sie den unbedingt wieder zurück wollen. Und wenn man dann hochgeht und fragt so, ja, sind die Kinder, die er getötet hat, sind die jetzt auf einmal egal. Aber wenn Israel, den Gaza, wenn da Kinder sterben, dann ist es schlimm. Aber ein Massenmörder kann man sich zurückwünschen, oder wie? Da wurden sie auch ganz schnell still. Absolut. Und das macht keinen Sinn. Das macht absolut keinen Sinn, dass so etwas sich eine Jüdin nennt. Und deswegen nenne ich sie Kapo-Jüdin. Nur eine Kapo-Jüdin könnte sich mit den Befürwortern einer Auslöschung des jüdischen Volkes zusammentun. Normale Juden würden das nicht tun. Anna hat Ekel. Ja, Anna hat Ekel. Anna hat Ekel vor diesen toxischen Migrantengruppen. Weil sie weiß, die wünschen ihr nur das Schlimmste. Und die beleidigen sie auch ständig. Ja, aber Löwenherz hängt in diesen Bereichen herum. Übrigens, das ist mein erster und letzter Stream in Bezug auf all diese Leute. Ja, ich wollte nur an dieser Stelle, ich tue das alles im Grunde genommen für Anna, weil ich möchte öffentlich den Leuten da draußen zeigen, dass Anna hat meine Solidarität. Ja, weil sie ist für mich eine richtige Jüdin, auch wenn sie nicht praktiziert, auch wenn sie kein Hebräisch spricht. Aber sie ist für mich eine richtige Jüdin, weil ihr Herz schlägt jüdisch. Und weil ihr Herz jüdisch schlägt, schlägt das Herz auch Warnung aus. Ja, vorsichtig, nicht zu nah an diese Gruppe, vorsichtig, nicht zu nah an diese Menschen. Aber eine Kapo-Jüdin wie Hope, die ihr Blauswunder erleben wird, die hochkantig hoffentlich aus der jüdischen Gemeinde geschmissen wird, wegen Gefährdung ihrer jüdischen Gemeinde. Ja, sie ist auch eine Gefahr. Was ist, wenn Muslime über sie herausfinden, wo sich Sicherheitskameras im Gebäude befinden oder wann das Gebäude bewacht wird oder an sensible Daten rankommen, weil sie zu sehr auf diese Migrantengruppen steht und starke Männer um sich herum haben möchte aus dem schönen Orient. Dann kann sie zu einer Gefahr für ihre jüdische Gemeinde werden. Ich glaube auch nicht, dass sich Juden in ihrer Anwesenheit wohlfühlen, wenn sie zum Beispiel sehen, oh, im Internet schießt sie gegen Israel, im Internet sagt sie, mir ist doch egal, ob meine jüdische Gemeinde mich rausschmeißt. Sie schießt gegen die IDF, sie schießt gegen Benjamin Netanyahu und so weiter und so fort. Dann werden die sagen, hey, wie kann man mit dir überhaupt an einem Tisch sitzen, wer weiß, ob du nicht meine Daten... Sie kennt ja Leute da auch wahrscheinlich, wo manche Leute wohnen. Und stell dir mal vor, sie gibt die Daten von Juden, die in der jüdischen Gemeinde sind, weiter. Diese Leute dürfen oder müssen erfahren, dass eine Jüdin mit Menschen zusammenhängen, die Daten über Juden sammeln. Ja, hier mit Beats, wo sie gedroht haben, Beats seine Sachen zu veröffentlichen und gedroht haben, dass sie ein blaues Wunder erlebt. Richtig. Allein danach hätten My Love, Niki und so was hätten... Warum haben die immer noch Kontakt mit diesen Leuten? Richtig, richtig. Allein danach sind sie doch noch bei Beats und reden davon, sie sind doch da nur ab und zu oben, um mit denen zu diskutieren. Richtig, eine Jüdin, mein lieber Simbamon, eine Jüdin, die in einem Forum sich bewegt, in dem mindestens drei jüdische Persönlichkeiten ausfindig gemacht werden sollen. Anna, Svetlana und Beats. Und Amir, obwohl Amir ich ihn... Amir hängt doch mit denen auch zusammen, oder? Richtig, obwohl ich ihn die Toilette runterspülen kann, trotzdem, er ist Jude. Und er wurde auch angefeindet. Und dass er auch gedreht hat, macht auch keinen Sinn für mich. Aber gut, Amir ist eine andere Geschichte. Aber drei Juden sollen geleakt werden. Ein Ex-Muslim wurde geleakt. Und wahrscheinlich auch andere wurden bedroht. Und da hält sich eine angebliche Ex-IDF-Soldatin, eine angebliche Angehörige von Opfern des 7. Oktober auf. Junge, was will mir dieses Mädchen erzählen? Vor allem spätestens danach, hätte sie doch zumindest was sagen sollen oder sich von denen distanzieren. Richtig. Und das muss ihre jüdische Gemeinde erfahren, dass sie mit Muslimen in einem Chat sich bewegt, die Namen von Juden sammeln, um diese Juden dann in der realen Welt zu belästigen oder vielleicht so Schlimmeres anzutun. Mit Mitarbeit von sogenannten Fake-Islam-Kritikern wie Löwenherz, die Israel den Untergang wünschen und verdammen, während er auf einer islamkritischen Veranstaltung von Stürzenberger auftaucht, wo eine israelische Fahne hängt. Wir sind alle in Gefahr, weil wir sind von gefährlichen Menschen umgeben. Und dies wird exposed. Löwenherz wird exposed. Hope wird exposed. Fashion kriegt sein Fett ab dafür, dass er meine Familie bedroht hat. Er beschimpft. Er sagt, ich hätte seine Familie beleidigt. Aber er hat direkt jemanden an die Tür geschickt und hat meinen Sohn, mein Sohn ist schwer krank. Er ist körperlich sehr, sehr, sehr krank. Und das hat er nicht gebraucht. Das hat er nicht gebraucht, dass er auch noch eingeschüchtert wird. Ja, das ist abartig. Also wie schon gesagt, sie darf ja abfixen mit dem, den sie möchte. Sie werden alle mit ihren Nerven und mit ihrer Gesundheit bezahlen. Und sie werden so gestresst werden, dass ich sie von einem Gericht zum anderen ziehe. Weil da draußen, meine Fangemeinde, überweist mir jeden Tag Geld auf PayPal. Jeden Tag. Ich kann mich unendlich streiten mit denen. Unendlich. Weil ich kriege so viele PayPal-Spenden rein in meine Arbeit als Ex-Muslim. Es mangelt mir nicht an Geld. Und deswegen kann ich die Anwälte beschäftigen, wie ich möchte. Es ist überhaupt kein Problem. Und ich werde das auch durchsetzen. Bis die Gefahr vorbei ist. Alle, die da draußen sind. Hope, Löwenherz, Fashion. Sie können alle drei sofort sagen, okay, wir ziehen uns zurück. Das war beschissen. Wir sind alle zu weit gegangen. Wir reißen uns zusammen. Okay, wir müssen keine Freunde werden. Wir lassen das dabei. Und es ist alles okay. Aber wenn nicht, ach, dann ziehe ich das alles durch, Simbamon. Und dann mache ich das auch. Ich habe nichts mehr zu verlieren. Sie haben meine Privatsphäre bereits gestört. Und das muss gerecht werden. Sie kann ja abhängen, mit wem sie möchte. Aber nachdem mit Fashion und Beats, dass sie da nichts unternommen hat, sich nicht von denen distanziert hat, das ist halt, finde ich, sehr, sehr kritisch. Ja. Komplett paradox. Sie hatte mal mit mir privat geschrieben und hatte mich aufklären wollen über Palästina, was da so abgeht, wie die sich verhalten. Also gute Sachen. Und dann hat sie auch noch gesagt, ey, lass dich nicht auf Fashion ein. Er ist der Teufel. Du wirst es bereuen. Dieses und jenes. Keine Woche später hängt sie mit dem ab. Ich habe keine Ahnung, was mit der Frau los ist. Und was hieß nicht die, die sich extrem gegen Muslime zum Teil auch im Stream eingesetzt hat? Sehr, sehr anti-islamisch. Und jetzt hängt sie auf einmal mit dem ab. Also ja, paradox. Ja, ja, und so benehmen sie sich alle. Ich erinnere mich noch an Hobbes sadistische Seite, wo sie sich aufgegeilt hat an den Häusersprengungen in Gaza, wo sie ihr alles egal war, wo sie mit Stolz gesagt hat, ich bin IDF, ich bin IDF, wo sie sogar beleidigt war, wenn andere Leute ihr diesen Rang abgesprochen haben. Und jetzt sagte sie vorgestern in einem Gespräch, in einem Streitgespräch mit mir, bist du einverstanden, was die IDF macht? Bist du einverstanden, was da passiert? Bist du einverstanden, was Israel macht? Bist du einverstanden, was in Gaza passiert? Irgendetwas ist mit diesen Leuten passiert. Entweder wird auf diese Leute Druck ausgeübt und sie werden aus irgendeinem Grund gezwungen, so zu reden. Oder sie meinen es wirklich ernst, aber dann empfehle ich eine saubere Einweisung in die Klinik. Aber, keine Ahnung, wenn auf sie so Druck, also welches Druckmittel muss so stark sein, dass sie das machen und dass sie, keine Ahnung, dir nicht privat schreiben und irgendwie versuchen, sich Hilfe zu holen? Weil ich bin mir ziemlich sicher, wenn wirklich jemand so Druck auf die ausübt und sie dich privat kontaktieren, dass du denen helfen würdest und dich für sie einsetzen würdest. Ich habe keine Antwort, weil ich diese Spiele nicht kenne. Ich kenne diese Spiele nicht. Ich halte mich nicht in TikTok so auf wie sie. Für sie ist es Lebensinhalt. Eine junge Frau wie Hope müsste eigentlich jetzt zwei Kinder haben, sie müsste einen Ehemann haben, sie müsste da draußen das echte, reale Leben genießen. Aber der eine kann mit seiner Freizeit nichts anfangen, das ist Löwenherz, sonst würde er sich um seine Frau kümmern, von dem er selber gesagt hat, dass sie eine Infektion bekommen hat. Da würde ich sofort das Internet einstellen und mich um meine Frau kümmern. Und die Hope könnte auch im wirklichen Leben ihr Leben mit dem Judentum ausfüllen, mit Religion, mit Spiritualität und so weiter. Aber sie hat sich entschieden, mit ihrer Mentalität hier in der TikTok-Welt so etwas wie eine geistige Heimat zu finden. Und sie kann das reale Leben nicht von dem TikTok-Welt unterscheiden. Und deswegen muss ich in ihre reale Welt gehen, damit ich sie daran erinnere, dass es Konsequenzen hat, wenn man sich mit jemandem zusammentut, der mein krankes Kind Angst eingejagt hat, indem er mir jemanden an die Tür geschickt hat. Und das muss ich machen. Und das Gute ist, der Angriff kommt von vielen Seiten. Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin, der Gefahr sieht in dieser Entwicklung. Und ich bin froh, dass es einen Massenangriff auf diese Bedrohung gibt. Und ich bin froh darüber, dass die Community verstanden hat, dass da jemand sehr manipulativ unterwegs ist, der sogar Juden umdrehen kann, der Islamkritiker umdrehen kann, der bei Frauen wie My Love und Niki brauche ich mich über gar nichts zu wundern. Das sind zwei deutsche Chicks, die fühlen sich bei starken Männern wohl und die leben auch ein Leben voller Widersprüche. Die eine spielt eine Patriotin und hängt jetzt bei Muslime rum. Die andere wurde sexuell belästigt und sie wurde wahrscheinlich sogar vergewaltigt und hängt trotzdem bei Leuten rum, die Frauen mit Vergewaltigung drohen. Alles klar. Ich merke, ich habe es nur mit Menschen zu tun, die einfach geistig unreif sind und irgendwie da oben eine Schraube locker haben. Klingt definitiv nach einer geistigen Umnachtung, wenn dem so ist. Ist es auch. Ist es auch. My Love sagt, dass sie sexuell von einem Syrer ausgebeutet worden ist. Sie sagt, dass irgendein sexueller Angriff gegen sie stattgefunden hat. Und statt bei mir zu sein, statt auf meiner Seite zu stehen, der gegen diese Sachen kämpft, der diese Menschen aus dem Land haben will, der mit AfD-Landtagsabgeordneten gute Kontakte hat, der mit Bernhard Zimniok, dem Europaabgeordneten der AfD, zusammenarbeitet und so weiter und so fort. Ich werde politische Karriere machen, wenn ich möchte. Ich möchte am Ende diese Leute aus dem Land haben. Und dann geht sie in diese Gruppen, wo einer Anna mit Vergewaltigung gedroht wird. Und kein Widerspruch, kein Einspruch. Aber, Mr. Löwenherz, ich weiß, du hörst dir ja zu, mein Lieber. Du bist ja mit deiner Frau nicht beschäftigt und mit der Gesundheit deiner Frau. Ich werde auf YouTube das Video abspielen, in dem du Anna eine Vergewaltigung wünschst. Und dann hoffentlich, und dann spiele ich das natürlich all den islamkritischen Kräften zu, die es da draußen gibt. Und dann werden auch einige Zeitungen über dich schreiben, aus dem konservativen Spektrum. Und dann kannst du dir ja mal sehen, wie es ist, dass sich ein Islamkritiker plötzlich an der Vergewaltigung, der Pogromstimmung gegen Juden in Deutschland beteiligt, in dem Frauen das Schlimmste angetan werden soll, was ein Mann sich gegenüber einer Frau nur leisten kann, nämlich eine Vergewaltigung. Ja, Löwenherz, wenn du dich morgen bei mir meldest und sagst, Junge, ich ziehe mich zurück, ich mache nichts mehr, dann bist du raus. Und wenn Hope sich einen Tag später bei mir meldet und sagt, okay, ich merke, die Sachen eskalieren hier und das wird zu unangenehm, ich verzeihe euch. Ich verzeihe euch. Obwohl ich allen Grund hätte, euch wirklich, wirklich die Hölle heiß zu machen. Aber wenn ihr weitermacht, dann tue ich das, was ich tun muss. Und ich hasse diese Dinge, weil ich möchte mein Leben weiterleben. Ich will mich um einen kranken Sohn kümmern. Und ihr habt, und das ist auch ein Argument meines Anwalts, ihr habt meinen Sohn in Angst und Schrecken gejagt. Mein Sohn ist schwer krank. Und das wird vor Gericht, wird Folgen haben für euch. Es wird Folgen haben, dass ihr einem kranken Jungen die ganze Sicherheit seiner vier Wände genommen habt. Und das wird passieren. Und ich gehe über Leichen, wenn es sein muss, um mein Kind und meinen Frieden wiederzubekommen. Aber ihr werdet mich nicht in die Knie zwingen und ihr werdet mein Leben nicht auseinandernehmen, ohne dass nicht euer Leben auseinanderfällt. Merkt euch das, denn ich werde das machen. Aber ihr habt alle eine Chance, von jetzt auf heute euch zurückzuziehen, zu sagen, okay Kian, ich rufe dich an, wir unterhalten uns, wir reichen uns virtuell die Hand, wir vergessen das, ich entschuldige mich bei Anna, ich entschuldige mich bei euch, ich sage, okay, wir sind beide mit dem Kopf durch die Wand gegangen und dann, bumm, alles okay. Und dann müsst ihr den Worten auch Taten folgen lassen. Und dann geht jeder wieder seinen Weg, ganz einfach. Und jeder macht, was er will. Jeder macht, was er will. Aber wenn ihr das nicht wollt, es wird ein fürchterlicher Krieg toben. Ein fürchterlicher Krieg toben. Und wir alle werden ein Blausauge davon wegbekommen. Das sage ich euch jetzt schon. Und die Wahl liegt bei euch. Ihr habt die Option. Ihr habt es angefangen und ich werde es beenden. So oder so. Simbamon, übernehme mal bitte für eine Sekunde. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was man so viel sagen kann, aber ja, Andi, hast du was gerade zu sagen? Also ich finde das absolut verwerflich, dass man Leute zu einem nach Hause schickt und wie Kian richtig sagte, die Sicherheit, das Wichtigste für einen Vater und ein Kind, die Sicherheit der eigenen vier Wände geraubt wird. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie viel schlaflose Nächte das einbereitet. Wirklich. Ja, absolut. Das ist wirklich abartig. Also ich habe mir das auch attestieren lassen. Mein Stresspegel ist wirklich nach oben geschossen. Ich habe Ausgaben, die ich auch gerichtlich wieder einklagen werde. Ich muss der Kamera Lichtsensoren mehr beschaffen. Meine Freiheit ist eingeschränkt. Das reicht alles aus, um das wieder einzuklagen. Und die Sicherheit, die ich, die Privatsphäre, die wir alle schätzen, die Privatsphäre, die wir alle schätzen, ist durch Fashion gebrochen worden. Ja, absolut. Und er kann sich so sehr distanzieren davon, wie er möchte. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, dass du wahrscheinlich nicht mehr auf die Straße rausgehen kannst, einfach mal so einkaufen, ohne halt zu überlegen, was jetzt ist, wenn da doch jemand auftaucht, dich jemand erkennt oder sowas. Muslime sind gefährlich. Muslime lassen ihren Worten manchmal Taten folgen. Ihr habt das gesehen. Ein Lehrer in Frankreich redet über den Prophet Mohammed, ein Dritter kommt und schneidet ihm einfach auf der Straße den Kopf ab. Ich stelle euch vor, in diesem Klima muss ich jeden Tag mein Haus verlassen. Jeden Tag. Ja, absolut. Schlimm. Vor allem, er zeigt diese Karikatur wirklich im Unterricht zum Thema hier Meinungsfreiheit und ich verstehe zum Teil, die regen sich über diese Karikaturen auf, wo Mohammed mit so einer Bombe im Turban gezeigt wird. Och, wie kannst du unseren Propheten hier als gewalttätig darstellen? Währenddessen, wenn der IS mit einer Flagge, wo doch die Dschihadda draufsteht, Menschenköpft, dann juckt es niemanden. Die checken einfach nicht, dass wir in einer Demokratie leben und wir einen gesellschaftlichen Handel haben darüber, dass wir sagen dürfen und auch angreifen dürfen, was wir wollen und im Gegenzug darf die andere Seite das auch. Das wird ja zum Teil wirklich gegen Christen geschossen, wie nochmal was. Ja. Selbst in der islamischen Welt gibt es ja zum Teil wirklich schlimmere Karikaturen als die Mohammed-Karikaturen gegenüber Christen. Genau. Auch gegenüber Juden sind die Karikaturen noch viel schlimmer und geht die jüdische Welt auf die Straße und brennt arabische Geschäfte nieder oder die Moscheen von Muslimen, tut kein Mensch. Aber sie sind so hochempfindlich, wenn jemand den Propheten skizziert. Und das ist das, was ich im Grunde genommen in dieser Sache zu beobachten habe. Und ich weiß auch, dass Hob und Löwenherz natürlich jetzt den Maka spielt. Er spielt jetzt bei den Araber mit. Er weiß, dass er selber nie so sein kann wie die und deswegen muss er sich jetzt anpassen. Das ist ganz typisch für schwache Menschen. Aber er hat seine Chance. Morgen kann alles vorbei sein. Für alle. Für alle kann morgen alles vorbei sein. Mein Lauf nehme ich nicht ernst. Sie ist halb Ägypterin, bei ihr schlägt die ägyptische Seite durch. Und da kann ich nichts sagen. Aber der Rest, ihr habt alle eine Chance zurückzukommen und wir lassen, wir begraben das Kriegsbeil und alles ist gut. Ansonsten wird es ein blutiges 2024 für uns alle. Definitiv nach einer Kampfansage. Muss ich, weil meine Existenz, mein Frieden, das Leben meiner Familie ist in Gefahr und deswegen nehme ich das sehr ernst. Und die Leute denken, ich mache nicht ernst, aber es wird passieren. Es wird alles passieren und es wird sehr schnell jetzt passieren. Es wird jetzt alles sehr schnell auf den Tisch kommen. Das wird alles sehr schnell juristisch eskalieren jetzt. Und es wird ein langer Kampf, aber ich nehme diesen Kampf gerne auf. Sehr gerne. Wir haben einen neuen Gast, der Mezzomix. Ja, was ist bei dir und welches Datum haben wir heute? Hallo in die Runde. Datum und Uhrzeit, bitte. Welche Uhrzeit? 0.17. Datum? Das ist heute der 27. Mittwoch. Okay, wunderbar. Danke dir. Dann darfst du sprechen. Ja, also die Sache ist, erst mal Kieran, ich habe dich schon länger verfolgt. Ich habe dich bei diesen Kundgebungen gehört. Ich habe dich hier drinnen öfter gehört und Kieran, du hast überhaupt nichts Schlimmes bis jetzt gemacht. Alles, was du gemacht hast, ist Ungerechtigkeit, dir in Deutschland ist gesagt, dass das nicht sein kann. Du hast einfach nur die Wahrheit gesagt und ich finde es nicht in Ordnung von den Leuten, wenn die dich belästigen und bedrohen. Das ist einfach nicht in Ordnung. Schon gar nicht hier in Deutschland. Das ist nicht deren Land. Wenn die mit irgendwas nicht zufrieden sind, dann sollen die zurück in ihr Land, dann gehören die hier nicht hin. Das ist hier ein Land, Kieran, du sprichst es selber immer an, ein tolerantes Land, das Glaubensfreiheit hat. Aber die, die können andere Leute nicht tolerieren mit ihrer Religion. Und dann passen die nicht hin, dann sollen die doch bitte wieder gehen. Und das sagst du, du sagst nicht mal, die sollen gehen. Du sagst nicht mal, die sollen sich hier anpassen, die sollen wie Menschen sein. Verstehst du? Die sollen andere ihre Religion lassen und hier Leute nicht umverletzen und sowas. Mehr machst du doch nicht. Das ist genau das, was ich sage. Meine Sprache muss niemandem gefallen. Aber ich sitze ja auch nicht als der Richter da und frage mich, ob mir die Sprache von irgendjemandem da draußen gefällt. Es ist mir egal, wie Leute sprechen. Es ist mir völlig gleichgültig. Es interessiert mich nicht, wie Leute sprechen. Jeder hat seinen eigenen Stil. Mein Stil ist das. Ich liebe die drastische Sprache. Ich bin jemand, der gerne aneckt. Ich bin nicht sehr gerne politisch korrekt. Ich hau gerne mal rein, wo alle sich wohlfühlen. Bin ich plötzlich derjenige, der mal sagt, ich bin hier das schwarze Schaf. Ich mag es lieber so. Mein Leben fühlt sich besser an, wenn ich nicht überall mit dem Kopf abnicke. Mir ist das wichtig. Aber ich habe immer verstanden, Online-Welt ist Online-Welt. Ich habe immer gesagt, die Online-Welt bleibt die Online-Welt. Ich werde mich nie darum kümmern, wenn jemand sagt, eine Kirin ist so ein H-Sohn und ein F und das. Das kümmert mich nicht. Aber sie haben die Online-Welt in die reale Welt geholt. Den Clash, den wir haben, den haben sie sozusagen real gemacht. Und das war die rote Linie, die sie überschritten haben. Und ich weiß, dass Hope schockiert ist. Ich weiß, dass Löwenjärz nur so tut, als wenn es ihn nicht kümmert. Ja, weil er kriegt dann zwei, drei Streicheleinheiten und sagt, ach, der Kian macht das nicht. Aber der Kian fängt jetzt an. Kian hat sie jetzt vorgenommen, zurückzuschießen. Ich habe lange vorbereitet. Ich brauchte sehr viel Material. Ich musste, ich musste alles erst sammeln. Ich musste erst die, die rechtlichen Schritte abwägen. Und es ging zu weit. Genau wie da, wie Anna das jetzt eben gerade sagt. Es ging einfach zu weit. Der Spaß ist vorbei. Online ist eine andere Sache. Da kann auch eine Hope von mir aus mich anschreien. Und ich würde sagen, fein, hat Spaß gemacht, dass wir so rumgebrüllt haben. Aber aus Spaß wurde ernst. Und jetzt tragen sie diese Konflikte in mein echtes Leben. Und es wird Zeit, dass ich diese Konflikte in ihr Leben trage. Es wird Zeit, dass sie merken, oh, nicht nur wir wissen, wo Kian wohnt, Kian weiß auch, wo wir wohnen. Kian weiß auch private Dinge von denen. Kian wird sich darum kümmern, dass die richtigen Stellen davon Bescheid wissen. Das ist einfach mein Job jetzt. Ich muss es tun, weil ich werde einfach zu sehr bedroht. Zum ersten Mal in meinem Leben habe ich Angst um die Gesundheit meiner Familie. Nicht um mich. Mich haben sie nicht damit eingeschüchtert. Mich haben sie nicht eingeschüchtert. Ich lebe mit dieser Bedrohung seit sechs Jahren. Aber was ist mit meiner Familie? Fashion besteht darauf, dass ich mich bei seiner Familie entschuldige. Für was denn? Was habe ich dann seiner Familie gesagt? Dass er so etwas von mir verlangt. Und wenn er einfach seine toxische Art sein lässt, und er sagt, okay, wir ziehen uns alle zurück, wir lassen das alles sein, dann ist alles okay. Ansonsten werde ich meine Kontakte zu Journalisten ausnutzen. Ich werde dann auch Dinge machen müssen, die ich in meinem Leben hassen werde. Aber ich werde auf jeden Fall, es werden auf jeden Fall, einige Leute werden richtig übel dastehen. Und viele werden übrigens auch ihre gewohntes Leben, für eine gewisse Zeit wird einfach vorbei sein. So wie bei mir. Mein gewohntes Leben ist jetzt vorbei. Seit mehreren Monaten. Seit genau dem 30. Dezember ist mein Leben vorbei. Und warum soll ich bluten? Warum soll ich, wenn ich aus dem Haus gehe, erst mal links und rechts die Straße runterlaufen und gucken, ob nicht welche im Auto sitzen, die mich ermorden wollen? Warum soll ein Löwenherz, ein Fashion und ein Hope einfach wegkommen? Warum sollen Leute wie Sibum oder andere wie Issam Bayan, der in einem Livestream mit Irfan Petschi gesagt hat, ich kenne alle Daten von Kian, ich kenne alle seine privaten Informationen, warum soll ich diese Leute davon kommen lassen? Warum? Wenn ich an zwei Menschen wie Hope und Löwenherz ein Exempel statuieren kann und ein drittes an Fashion und dann Issam Bayan vorknüpfe und ihn medial fertig mache, dann möchte ich, dass sie auch Angst haben, dieses Haus zu verlassen. Ich möchte auch, dass sie sich Gedanken machen, könnte Kian etwas der Frau von Löwenherz antun? Könnte Kian eventuell Hope etwas antun? Könnte Kian etwas der Familie von Fashion antun? Warum soll nur ich dieses Empfinden haben? Warum soll ich Angst um meine Familie haben und die lachen sich ins Fäustchen? Deswegen geht es alles über in einen sehr, sehr schnellen Weg. Alles geht jetzt schlagartig nach vorne. Denn ich hatte jetzt meine Zeit, ich hatte meine Daten, ich habe mich jetzt vorbereitet und jetzt geht es los. Und ich bin froh, dass ich nicht alleine bin, denn koordinierte Angriffe auf diese Bande ist mir immer noch lieber, als wenn ich das alleine durchziehe. Und ich kann nur sagen, es tut mir leid, ihr hättet es in der Online-Welt lassen können, dann wäre alles gut gewesen. Aber ihr habt euch entschieden, meine Worte zu sehr auf die Waage zu legen und einen Zirkus zu machen. Und ich werde, wenn Mido schreibt, wenn Kian aufgibt, ich werde nicht aufgeben. Ich habe eine starke Community hinter mir, ich werde auf gar keinen Fall aufgeben. Ich werde das nicht erlauben, dass man hier solche Dinge tut. Juden. Wie reagieren Juden? Wie reagieren Juden? Draußen. Bestimmte Juden heute. Wie reagieren Juden? Ich bin nicht einverstanden. Wie reagieren Christen da draußen in der deutschen Gesellschaft? Kritik ist Kritik. Wie reagieren Muslime? Drohung, Mobbing, Hausbesuch. Ja? Juden beschweren sich. Juden beschweren sich. Ich bin nicht einverstanden. Habe ich ja heute gehört von Biza und von Zadig. Deine Sprache kannst du... Der Ton macht die Musik. Christen. Kritik ist Kritik. Alles völlig in Ordnung. Ist alles okay. Kritik ist Kritik. Gefällt mir nicht, dass du Jesus ein bisschen in den Keller ziehst. Aber es ist deine Kritik. Aber was passiert plötzlich mit... Was passiert plötzlich bei Muslime, wenn du Muslime kritisierst? Morddrohungen. Mobbing. Cybermobbing. Und richtiges Mobbing, wenn sie wissen, wo die wohnen. Und Hausbesuch. Ja? Ich kann über die Bibel alles sagen. Kein Christ würde jedem an meiner Tür klopfen. Ich könnte über die Tora sagen, was ich will. Kein Jude würde mich behelligen. Und deswegen zeigt es sich, welche Sorte von Menschen in unserem Land leben, die nicht zu den gesellschaftlichen Spielregeln spielen, die wir alle anerkennen. Hey, harsche Kritik. Boah, Kieren, der ist aber ekelhaft. Aber trotzdem, wir tun Kieren nichts. Ja? Ja? Und das ist es. Das ist es. Das ist das, was ich erlebt habe jetzt. Und deswegen, der Spaß ist vorbei. Wir hatten alle jetzt Spaß. Wir haben eine Zeit lang uns immer geneckt. Aber jetzt ist der Spaß vorbei, liebe Freunde. Lieber Löwenherz, lieber Hob, lieber Fashion, der Spaß ist vorbei. Jetzt wird es ernst. Und jetzt nutze ich auch meine Ressourcen, meine Kontakte zur AfD, meine Kontakte zu Journalisten. Ich hatte, geht auf meinem Podcast, ich hatte Mido, einen Journalisten. Ich hatte Oliver Flech vom Deutschlandkurier. Ich hatte die Critical Cat. Sie ist eine Journalistin, die investigativen Journalismus macht, die viel dunkle Sachen aufgedeckt hat, viele Leute an die Wand gefahren hat mit ihrem investigativen Journalismus. Und diese Leute haben mir gesagt, ja, wir sind da, wir helfen dir. Moin. Moin. Wer ist denn nicht hier? Das ist ein Datum bei dir? Welches Datum haben wir? Ja, aber Kieran, du... Achso, wir hatten so ein Life-Age-Restriction. Ja, also wahrscheinlich war der zu jung oder so. Hat der ein Datum angegeben, dass es wahrscheinlich unter 18 war von dem Kind da. Ja. Das ist überschuld, wenn man dann live geht, also... Ja. Ja, und... Nichts Schlimmes gemacht. Bitte? Du hast doch nichts Schlimmes gemacht. Das kann doch nicht sein. Nein, du hast vielleicht mal ein paar, wirklich ein paar Wörter, also du hast zum Teil vielleicht ein bisschen sehr, sehr harsch die Wörter ausgedrückt, aber... Ja, klar. Meinungsfreiheit. Jeder darf sich ausdrücken, wie er möchte. Muss man aushalten können. Da drücken sich andere zum Teil noch krasser aus. Das ist meine Art. Ich rede so. Ich habe entschieden, ganz bewusst habe ich entschieden, ich habe ganz bewusst entschieden, dass das meine Sprache ist. Ganz... Ich habe nicht... Ich will kein Softie sein da draußen. Ich habe entschieden, dass ich durch meine drastische Sprache Menschen aufwecken möchte. Das muss man ja auch nicht gut finden. Mein Gott, ich finde es auch nicht vielleicht nicht ganz so gut, dass du zum Teil so harsch redest, aber mein Gott, es ist deine Art und Weise, das darfst du machen, wie du willst. Juck mich nicht. Ich kann... Ich bin ja nicht... Ich bin ja nicht dein Vormund, der entscheidet, was du machst. Ja. Ja, eben. Und wenn wir alle Erwachsene sind, come on, dann zieht euch mal ein bisschen wärmer an und dann spürt man auch die Kälte nicht mehr. Es ist wirklich einfach. Ja? Und da ich weiß, die Regen sich über alles auf. Jedes Wort wird an den Mund umgedreht. Also wirklich alles wird in der linken Bubble zum Teil wirklich. Du kannst nichts machen, du kannst es denen nicht recht machen. Immer finden sie was zum Kritisieren. Das hast du nicht perfekt gemacht. Das hast du nicht perfekt gemacht. Das hätte man anders ausdrücken können. Und so weiter. Ich erinnere mich an so ein Video von so einer, auf TikTok von so einer, die ja so ein bisschen Erziehungstipp gibt und sowas. Und die spielt dann halt so Szenen nach. Und mit einer Szene hat sie quasi so nachgespielt, wie man quasi Kindern beibringt, dass sie halt ihre Geschlechtsteile benennen. Was ich auch wichtig finde. Und dann direkt die Kommentare unten drunter. Das kannst du doch nicht sagen, dass nur Männer Penisse haben und nur Frauen Vulvas und so weiter. Wirklich ganz, ganz schlimm, diese linke Bubble. Ja, klar. Und schaut mal. Ich erzähle euch mal ganz kurz, ganz kurz, warum ich so rede, wie ich rede. 35 Jahre lang war ich ein praktizierender Muslim. In diesen 35 Jahren, egal in welcher Moschee ich in Deutschland gegangen bin. Ich konnte über Juden lästern, wie ich wollte. Vor der Moscheeführung. Ja, vor den Vereinsverantwortlichen. Konnte ich sagen, was ich wollte. Ich konnte Juden ihre Menschlichkeit absprechen und sie hätten darüber gelacht. Ich habe die Gespräche in Erinnerung mit Tausenden von Muslimen. und ich weiß, dass es nie jemanden gegeben hat, der Juden nicht entmenschlicht hat in meinen Gesprächen damals. Ich habe Muslime in Moscheen erlebt, die von der Untergrundorganisation Hezbollah gekommen sind und Funktionäre in Moscheen waren und sich nicht geoutet haben. Ich habe mit Terroristen, der mein bester Freund damals, zu meiner Zeit, und ich bitte euch, googelt das. Mein bester Freund damals war Qasem Darabi. Und dann googelt mal 1994 Mikonos-Massaker. Er hat in einem berliner-griechischen Restaurant mit einem Maschinengewehr die gesamte kurdische Opposition von Iran niedergemäht. Der Typ ist bei mir ein- und ausgegangen. Der sitzt bis heute noch im Knast. Ich bin mit muslimischen Extremisten aufgewachsen, wie zum Beispiel einer türkischen Gruppe, die einen Anschlag auf dem Flughafen Tempelhof verüben wollte, als der damals noch bei den Amerikanern unter Kontrolle war. Sie wollten, dass die Lebensmittel vergiften. Jemand hatte sich eingeschleust in die Lebensmittelverarbeitung für US-amerikanische Soldaten, die dort stationiert waren. Und sie wollten diese Leute vergiften. Ich bin 2007 zur Holocaust-Konferenz nach Teheran geflogen. Ich wurde eingeladen von einem Mann, der Mohammed Ramin heißt, der der Berater des iranischen Präsidenten Ahmadinejad gewesen ist. Und der ein erklärter Feind der Juden ist. Und ich habe die größte judenfeindlichste Demonstration in Deutschland geleitet, über 15 Jahre lang, die Kurzdemonstration in Berlin, wo wir Israel das Existenzrecht abgesprochen haben. Ich habe Menschen um mich gehabt wie Herrn Kiyarashi, der ehemalige Bodyguard von Ayatollah Khomeini. Ich habe Menschen um mich herum gehabt, die der Staat, der deutsche Staat zu Persona non grata gemacht haben. Sie wurden rausgeschmissen aus Deutschland, weil sie Gewalt ausgeübt haben gegen die iranische Opposition. Ich habe sehr extremistisch gelebt und ich bin in einem Klima gewesen. Ja, ich rede, ich komme aus einem Klima und wenn ich spreche, dann spreche ich über diese. Und es ist, das sind Fakten. Und in welcher Sprache soll ich euch da draußen warnen überhaupt? In welcher Sprache kann ich meinen deutschen Landsleuten und all den Menschen, den Migranten, den gutherzigen Migranten, die ein Herz an Deutschland verloren haben, in welcher Sprache soll ich denen klar machen, dass wir von Barbaren umgeben sind, von Wilde, religiöse Wilde, die mit einem Ziel nach Deutschland kommen, um diese Gesellschaft zu islamisieren. Und dann wollen hier zwei Softie-Juden, dass ich nicht zu harsch bin. Dann will hier irgendein anderer, dass ich etwas netter mit diesem Phänomen umgehe. Leute, ich bin in Moscheen in ganz Deutschland ein- und ausgegangen. Ich war Sprecher, ich habe Vorträge gehalten. Ich habe politische Gruppen geführt, religiöse Gruppen geführt. Ich habe gepredigt in Moscheen. Ich habe gesehen, was da draußen los ist. Die Moscheen sind Zuchtstätten für Radikalismus, für Fanatismus, für religiösen Wahnsinn. Das ist ja das Problem, wenn in deutschen Kirchen irgendjemand hier so eine fanatische Rede hält, dann wird da direkt eingegriffen. Die Religionsverbände, die Islamverbände, die diese Moscheen leiten, die geben ja offen zu, dass sie so einen Fanatismus haben, dass sie so eine extreme Version vom Islamverhältnis reden. Und niemanden juckt es. Die dürfen weiter Moscheen eröffnen. Warum? Es gibt da draußen keine guten und keine schlechten Moscheen. Es gibt keine netten muslimischen Einrichtungen. Und sie alle haben immer eine Handvoll Extremisten. Egal, wo ich hingegangen bin. Ich bin durch das ganze Bundesgebiet damals gefahren. Ich wurde sehr oft eingeladen in der Imam Ali Moschee, in dieser Moschee, in der Bilal Moschee, in das Moschee, in jene Moschee. Wurde ich eingeladen. Und immer bin ich auf Muslime getroffen. Ich habe einen bosnischen Muslim kennengelernt, der in den 90er Jahren, Mitte oder Ende der 90er Jahre, als dieser Krieg auf dem Balkan war. Er hat einfach seine Tasche gepackt und ist gegangen. Acht Stunden später, als er in Bosnien angekommen ist, hat ein serbischer Hubschrauber ihn getötet. Ich bin mit Dschihadis groß geworden. Ich bin in einem Klima groß geworden. Ich habe gesehen, wie sich Muslime gegenüber eigene Gemeindemitglieder verhalten haben. Wie sie Frauen verachtet haben. Wie sie über deutsche Frauen gesprochen haben. Deswegen verachte ich solche Frauen wie Niki und Mylove. Weil sie genau jetzt in diesen Chatrooms mit diesen Männern zusammen sind, die keine Achtung vor Frauen haben. Ich schon. Ich schon. Aber die haben, die als Frauen verbrüdern sich mit denen und hassen mich, nennen mich narzisstisch, weil ich das Problem nicht so benenne, weil irgend so zwei Tussis, die, weiß ich nicht, von mir wollen, dass ich Honig um meinen Mund schmiere, damit meine Worte süßer klingen. Die Wahrheit wissen gar nicht, wo ich überall gewesen bin. Die Wahrheit ist nackt, hässlich und brutal und damit haben die meisten Leute ein Problem. Aber nur wenn man schreit, weckt man Tote auf. So sieht es aus. Die Zeit ist vorbei. Unsere Republik geht unter. Wir kriegen Millionen von Menschen aus gefährlichen Gesellschaften, Männer aus Syrien, die jeden Tag in Deutschland eine Frau vergewaltigen. Vier Gruppenvergewaltigungen mittlerweile jeden Tag in Deutschland. Nicht von Deutschen, nicht von Vietnamnesen, Portugiesen, Spanier, Bulgaren, Griechen, Italiener, Inder. Nein. Von spezifischen Migrantengruppen, die alle aus einem religiösen, spezifischen Raum kommen. Fünfmal am Tag wird mittlerweile in Deutschland irgendwo die Polizei in die Schulen gerufen, in die Brennpunktbezirke, wo ganz, ganz viele Migrantengruppen aus dem muslimischen Raum sind. Und die müssen Schulkämpfe zwischen großen Gruppen unterbrechen. Es war doch in Berlin, da gab es doch eine Schlägerei, weil einer mit einer Paliflagge auf die Straße gegangen ist. Aber ein Beispiel, ich trage ja Nagellack und wenn ich in München unterwegs bin und mich irgendjemand anpöbelt, dann sind es genau solche Leute. Ja, ganz genau. Genau. Und das ist die Realität. Ja, das ist die Realität. Dann diese geistesgestörte Lalushi. Eine Homosexuelle oder Transsexuelle, die sich in einem Milieu bewegt, in dem ihre Sorte nicht fünf Minuten überleben würde. Eine Lalushi kann ja gerne mal nach dem Wiederaufbau in Gaza, kann sie ja gerne mal wieder unter Hammers Führung dann mit ihrem sexy Outfit durch die Straßen von Gaza laufen. Und dann möchte ich sehen, wie, wie, mit was für eine Erdbeschleunigung sie dann vom höchsten Gebäude von Gaza geworfen wird. Ja, das sind diese Queers for Palestine, die haben ja eh komplett den Bezug zur Realität verloren. Das ist es. Und diese Schraubelocker haben alle eine Schraubelocker. Frauen, die sich mit toxischen Muslime zusammentun, gegen Ex-Muslime schießen, die eigentlich für Frauenrechte sind, die verteidigen. Aber ich habe keinen Respekt und deswegen rede ich auch so, wie ich rede. Ich habe keinen Respekt vor diesen Menschen. Weißt du oder wisst ihr, wer wirklich meinen Respekt verdient hat? Anna. Anna Odessa. Die hat Respekt verdient. Das ist eine, die hat da oben alle Tassen noch im Stübchen. Die weiß, was sie redet. Sie kann Freund von Feind unterscheiden. Sie ist vernünftig. Anna kennt sich auch richtig gut aus mit der Materie. Also, die hat wirklich Fassbissen und bringt es auch rüber. Und kein Wackelkandidat. Und sie ist auch kein Wackelkandidat. Sie wackelt auch nicht. Sie wird nicht erschüttert und man nimmt sie auseinander und dann jetzt gehe ich rüber und mache mit Fashion wieder irgendwas. Nein. Sie bleibt bei ihrer Linie. Warum? Weil sie gesund ist im Kopf. Aber eine Mailov, eine Halb-Ägypterin, die zur Hälfte ägyptisch ist und eigentlich wissen müsste, dass in Ägypten Frauen in diesen Taharush-Jamia, also in dieser spontanen Gruppenvergewaltigung, also die meisten Opfer in der nordafrikanischen Welt, sind in Ägypten. Und sie ist halbdeutsche, halb Ägypterin. Und statt mir recht zu geben und zu sagen, hey, Kian, ich weiß, ich bin nicht so, aber danke, dass du auf das Problem aus warst. Sie geht in diese Gruppen rein, wo die Leute Spaß daran haben, deutsche Frauen zu erniedrigen. Ja, in Ägypten gibt es ja bis heute weibliche Genitalverstümmelungen und sowas. Ja, auch im Sudan und in einigen anderen islamischen Ländern werden Frauen beschnitten und so weiter und so fort. Aber die einzige Tatsache, warum sie so ein Neid haben auf mich, auf Anna und mich ist, weil sie merken, dass Anna eine super Powerfrau ist. Dass Anna die Energie hat, die die, Hope hat gar nicht diese intellektuelle Energie wie Anna. Anna hat Power, Wissen, studiert, klug, weitsichtig, gebildet. Jeder merkt das. Ich war in tausend Streams mit Anna. Anna ist cool drauf. Gelassen. Diese Gelassenheit habe ich nicht. Das liegt aber auch daran, dass meine Sprache auch meiner kurdischen Mentalität auch angepasst ist. Ja, und Europäer verstehen dann so ein explosives Verhalten dann immer anders. Das liegt einfach daran, das ist so ein kleiner Kulturclash. Wenn ich rede, finden das manche zu extrem. Ja. Aber nicht desotrotz, ich warne meine Landsleute da draußen. Ich warne alle meine Weggefährten da draußen. Wacht auf, seht, was sie mit einem Ex-Muslim wie mir machen. Seht, wie sie sich jetzt anstrengen, Anna's Adresse herauszufinden. Schaut, wie sie versuchen, wie sie versuchen, Sekunde, Löw Marokkan, du kannst mit deinem Profil kommen, aber du wirst immer wieder gesperrt bei mir, mein Freund. Wie sie versuchen, das Leben von Frauen hier zur Hölle machen. Und dann schließen sich deutsche Frauen diesen Gruppen an, wo diskutiert wird, Anna zu vergewaltigen. eine Mutter von zwei Kindern. Leute, was ist los mit euch? Was spielt sich da in eurem Kopf ab? Und vor allem, wenn jemand, wenn Löwenherz zum Beispiel sagt, ein junger Mann müsste mal Anna besuchen gehen und ihr mal so zeigen, wo es lang geht. Das zeigt, dass Löwenherz selber sexuelle Fantasien gegenüber Anna hat. Sonst würde man das nicht sagen. Ich käme nicht auf die Idee, einer Frau so etwas zu sagen. Ich würde automatisch würde sich ein sexuelles Szenario in meinem Kopf abspielen. Und das kann sich wirklich nur jemand leisten, der ein Auge auf Anna geworfen hat. Darum geht es. Und diese Menschen sind gefährlich. Und wir können alle so tun, okay. Aber Freunde, hinter diesen Profilen stecken Leute, die vielleicht eure Nachbarn sein könnten. Euer Obst- und Gemüseverkäufer oder Geschäftsbetreiber, euer Nachbar, euer Studienkollege, Arbeitskollege. Das ist ja nicht so, dass KI sich mit euch unterhält. Das sind echte Menschen. Und deswegen bekämpfe ich das auf meine Art und Weise. Damit das eben aufhört. Damit diese Leute enttarnt, entblößt werden und dass die Leute dann sehen, okay, es gibt noch Widerstand in dieser Gesellschaft. und das ist die, das ist die, das ist die Realität. Ja, und mehr, mehr muss man über diese Leute auch nicht sagen. Aber, sie kriegen ihre Chance. Sie kriegen. Ich biete es Hope noch einmal an. Hope, bevor ich diese Initiative starte, mit der israelischen Botschaft und ich nicht nur alleine, du hast sehr viele Juden gekränkt. Du hast sehr, sehr, sehr viele Juden gekränkt. Juden, die nach dem, nach dem, ähm, nach dem 7. Oktober absolut verletzt sind. Nach dem 7. Oktober ging ein Schock durch die jüdische Gemeinde. Ja, ging ein Schock durch die jüdische Gemeinde. In dieser Zeit hätte ich mir von Juden gewünscht, dass sie gegenüber anderen Juden ausgesprochen sensibel sind. Und da kommt es ausgerechnet, du, Hope, äh, ähm, dann kommst du und reißt deine jüdischen Kameraden an. Und ich, was ich weiß, liebe Hope, was ich weiß, liebe Hope, ist, dass du nicht nur von Anna was zu befürchten haben musst und von diesem Beats, sondern, dass einige andere Juden dich im Internet beobachtet haben und sie alle wollen etwas gegen dich tun. Und merkt euch das, heute ist der 27. Wir haben 15 vor 1. Merkt dir das, dass es nicht leere Worte waren, die ich dir heute gesagt habe. Diese Menschen haben dein Bündnis mit diesen toxischen Muslimgruppen sehr ernst genommen nach dem 7. Oktober. Nach dem 7. Oktober hat sich die ganze Mentalität des jüdischen Volkes geändert. Die ganze Mentalität. Anna war bis dahin auch nicht besonders aktiv in der jüdischen Gemeinde. Sie wurde aufgeweckt durch den 7. Oktober. Svetlana wurde aufgeweckt, obwohl Svetlana wirklich eine jüdische Vergangenheit hatte im Gegensatz zu Anna. Aber Anna kennt das jüdische Milieu, aber sie war, sie hat halt eben das schleifen lassen. Die jüdische Gemeinde wurde aufgeweckt und in dem Moment, wo die jüdische Gemeinde hoch sensibilisiert ist, springst du plötzlich ins Boot mit Muslime und lachst dich im Chat tot über Ex-Muslime, über Anna und Svetlana und über andere, während im Chat die Leute das Existenzrecht Israels absprechen. Ja, der ganze gestörte Erhoffen da drüben. Sie sind da einen freundlich über Kleidung und so weiter, die in ihrer Biografie stehen hat, From the Ruther to the Sea forever. Ja, ja, und das muss sie erklären und das kann sie nicht. Das kann sie nicht. Wenn die jüdischen Menschen da draußen, die ihr, die sie zur Rechenschaft ziehen wollen, das jetzt in die Öffentlichkeit tragen, dann ist sie vernichtet, dann ist sie vorbei. Dann ist aus und vorbei. Dann kann sie wirklich sofort die, das islamische Glaubens, Online-Welt passiert, ist eigentlich etwas, was in der Online-Welt bleiben kann. Man muss wirklich nicht, man muss wirklich das nicht heraustragen und in die Wirklichkeit ziehen, weil dann wird es für alle hässlich. Das mache ich auch gar nicht. Mach ich auch gar nicht. Ich möchte, ich möchte, aufsatzende Engel wüsst, ich möchte auf satirische Art und Weise, guck mal, wir werden uns, wir werden uns, guck mal, du wirst dich eh nicht ändern, ja, das ist ja schon klar, weil du hast jetzt, du bist jetzt auch, das verlange ich von dir auch nicht. Ich verlange auch nicht von dir, dass du dich änderst. Du bist jetzt auf dem Hardliner-Weg, ja, du versuchst ja da, dass du das, was du durchzuziehen willst, ja, was dein Ziel ist, weiß ich gar nicht, interessiert mich auch recht wenig, ja, ich sage da nur eine Sache, Kian, und das werde ich, da kannst du auch deine Anwälte fragen, da kannst du deinen Anwälten gehen, ja, wenn es vor Gericht gehen sollte, ja, wirst du Hardcore da verlieren, Hardcore. Fashion, ich nehme das in Kauf, ich habe vor Justiz und das alles, da habe ich keine Angst. Es geht nicht um Angst, deine Verleuchtung gegenüber mir als Person. Fashion, wir beide brauchen uns jetzt nicht über die Methodik von Anwälten unterhalten, okay? Du bist ein juristischer Laie, ich bin ein juristischer Laie. Wir können uns gegenseitig jetzt einschüchtern, indem wir sagen, du wirst verlieren, ich werde verlieren. ich will, ich will, du mal, ich sage es so, wie es ist. Es ist alles Quatsch. Ich will einfach nur wissen, bist du in der Lage, bist du in der Lage, den gesamten Konflikt heute zu bereinigen und zu beenden? Oder entscheidest du dich, in eine Phase überzugehen, in der du sagst, du möchtest weitermachen? Ziehst du dich von einem radikalen Weg zurück? Schau mal, mit denen kann man nicht reden, Kian. Das ist eine Gegenfrage. Kian, die sind bekannt dafür, dass man mit denen nicht reden kann. Ich weiß, ich weiß, deswegen, aber es soll niemand sagen, es soll niemand sagen, wir hätten es nicht probiert. Was hast du es mit probiert? Du versuchst mich ja zu erpressen, um eine Bedingung festzulegen. Nein, nein, Fäschchen, Fäschchen. Und du sollst weitermachen? Fäschchen, ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Meine Frage ist, an keine Bedingungen gebunden. Ja. Du könntest das Gleiche sagen, du könntest sagen, Kian, hörst du auf, dies und das und jenes über mich zu behaupten? Mache ich, aber will ich ja gar nicht. Dann würde ich zum Beispiel sagen, die Bedingungen, wir brauchen keine Bedingungen, weil wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, dann braucht der eine dem anderen keine Bedingungen auferlegen. Was redest du da? Für wirres Zeug, was für ein Waffenstillstand? Ich will dich doch hier nur im Internet ein bisschen Satire, dass wir uns ein bisschen kaputt lachen und fertig, mehr ist da nicht. Gut, dann anders gefragt, willst du mit deinem Cybermobbing aufhören? Ja oder nein? Cybermobbing? Cybermobbing. Du hast dazu aufgerufen, meine Familie aufzusuchen. Gut, sagen wir mal, sagen wir mal, sagen wir mal, ich sage, du hast dich noch in keinem Tonfall hast du dich dafür entschuldigt, noch in keinem Einzelnen. Schau mal, wenn das der Fall ist, an dem ich mich nicht erinnern kann, auch wenn ich gesagt habe, dass ich, ach so doch, doch, ich erinnere mich, ich habe das in dem Kontext gesagt, ich habe das in dem Kontext gesagt, weil ich mich von dir bedroht gefühlt habe, weil jemand an meiner Tür war. Aber ich, die Dinge, die dich stören, die Dinge, die dich stören, zum Beispiel Familie, da werde ich auf jedem Fall, weil du hast noch nie was, von mir gehört, dass ich irgendwie deine Kinder oder deine Familie irgendwie ansatzweise erwähnt habe, in irgendeinem Screen. Ich beschuldige dich, jemanden an meine Tür geschickt zu haben, das reicht völlig aus. aber du redest die ganze Zeit, du redest die ganze Zeit um Familie, um Kinder, um die Emotionen von deinen Zuschauern hier zu treffen, damit sie sagen, oh mein Gott, er bedroht die ganze Familie. im Gegensatz zu dir, habe ich nie die Familie von dir erwähnt. Fächer, ich würde nicht meinen Finger auf dich zeigen, wenn ich nicht fest glauben würde, dass du der Initiator dieses Hausbesuchs warst. Aber, ich sage dir nochmal, Fächer, warte mal, warte mal, ich sage dir nochmal, ich würde mich aufrichtig bei dir entschuldigen, für den Aufruf, deine Familie zu finden, die ich eigentlich nur aus juristischen Gründen haben wollte, damit ich weiß, wo du wohnst, aber ich würde hier und jetzt klarstellen, dass das alles aufhören soll und ich würde mich bei dir von Angesicht zu Angesicht werde ich dir ganz aufrichtig, ohne Spielerei und du wirst von mir danach auch nichts mehr erleben über dich. Ich werde dich deine Wege ziehen lassen, ich werde dich sogar, wenn es drauf ankommt, positiv erwähnen und werde sagen, alles klar, wenn Dinge bereinigt werden unter Männern, dann werden sie, dann werden sie auch, dann hält man sich an das Wort. Warte mal, eine Sekunde bitte. Und alle, die übrigens auch, die mit mir reden, werden auch von dir gemobbt, zum Beispiel Anna, zum Beispiel Svetlana, zum Beispiel die anderen. Das könnte alles jetzt und heute aufhören, wenn wir uns ansehen und sagen, gut, wir beenden Cybermobbing, wir beenden diesen Beef, den wir miteinander haben und ich sage dir, ich gebe dir eine Ausgleichung. Da geht es nicht mehr um Cybermobbing, da geht es um Behauptungen, dass man 2,3 Millionen Menschen auslöschen soll im Gaza-Streifen, da geht es um Aussagen, dass alle Kinder, die im Gaza-Streifen gestorben sind, wie kannst du dir Justiz auch zuführen? Ganz kurz, dass alle Kinder, die im Gaza-Streifen gestorben sind, Puppen sind von AliExpress, und das ist nachgewiesen, da gibt es viele, viele Dokumentationen, also das ist locker, Und genau diese Aussagen, ich kann dir eine Liste schicken von allen toten Kindern, von 0 bis 10 Jahren, da kannst du dir mal durchlesen, alle Namen und dann schaust du dein Kind an, Kian, und dann schaust du dein Kind an und du sagst mal kurz drüber nach, über deine Aussagen, die du immer hier triffst, manchmal denke ich, du hast eine Schraube locker, wenn du solche ausmachst, du kriegst du ein anderes Kind an, du schaust dich, na komm mal Kian, Kian, guck mal, es gibt immer eine Grenze, ja, immer eine Grenze, und du wirst, also du wirst Anwalt von Palästinenser werden, okay, gut, dafür, ich bin nicht Anwalt, ich bin Anwalt, ich bin Anwalt von Kurden, von Kurden in Rojava, ich bin Anwalt von Menschen in Kongo, ich bin Anwalt von entführten Kindern in Nigeria, ich bin Anwalt von jedem einzelnen Opfer in Moskau, ich bin Anwalt von diesen Menschen, verstehst du, ich bin ein, im Gegensatz zu euch, das ist ein riesen Unterschied hier, ein riesen Unterschied, ich verstehe, was du sagen willst, ich weiß, was du sagen willst, ich weiß, was du sagen willst, ja, meine Gedanken, meine Gedanken gehen in eine Richtung, und diese eine Richtung ist, aufgrund meiner Situation, in der ich mich jetzt befinde, in welcher Situation befindest du dich, ich denke hier, erzähl doch mal, ja, ich befinde mich jetzt in einer Situation, wo ich jetzt mich entschieden habe, ich muss mich wehren gegen all die Leute, die mich heimgesucht haben, oder im Internet mobben, es geht nicht um die lustigen Memes, die über mich schon seit Jahren kursieren, das ist völlig egal, auch dein Böner, lass mich doch meine Memes weitermachen, das ist alles witzig, das habe ich doch selber ins Internet gestellt, lass mich doch meine Memes weitermachen, du treibst doch weiter deine Islamkritik, ja, aber auch auf der anderen Seite, das war alles, was ich von dir hören wollte, das war alles, was ich von dir hören wollte, ich wollte nur wissen, beendest du das Cybermobbing, ja oder nein, und, es gibt kein Cybermobbing, das ist kein Cybermobbing, ich nehme deine Aussagen, die du triffst, das sind genau deine Aussagen, die du sagst, das ist fein, fein, ich trotzdem, trotzdem, mein Anwalt verbindet das mit einem Hausbesuch, und deswegen, das sagst du, und schon wieder eine Verläufigung, diese Anbindung wird dazu führen, dass wir uns vor Gericht sehen, Kian, ich freue mich, dich vor Gericht zu sehen, wirklich, ich möchte das auch auf juristischem Weg klären, wenn du willst, wenn du willst, gut, schickst du mir die Adresse, schickst du mir die Adresse von deinem Anwalt, ja, und dann gehe ich auch zu dem rein, das ist für mich gar kein Problem, Kian. Gut, das ist doch wunderbar, ich wollte doch nur, ich wollte heute, Kian, Kian, ich mache es gut, dass du Größe gezeigt hast, du bist in meinen Stream gekommen, natürlich, und hast kein einziges Schimpfwort gesagt, hast nicht, Nein, mache ich auch nicht, und ich dachte, okay, vielleicht kann heute wieder jeder seine Wege gehen, von Anna bis Svetlana, jeder kann wieder seine Wege gehen, wir schließen unsere Ohren, wir schließen unsere Augen, und jeder macht, was er will, jeder macht, was er will, und ich entschuldige mich aufrichtig, bei deiner Familie, und bei dir, für die Erwähnung deiner Familie, das Cybermobbing wird beendet, ich sag nichts mehr über dich, du sagst nichts mehr über mich, du sprichst jeden Tag über mich, und alles ist gut, Kian, du sprichst jeden Tag über mich, jeden Tag, es gibt keinen Stream, wo du mich nicht erwähnst, es gibt keinen YouTube Channel Tag, wo du aufmachst am Donnerstag, und Fashion in den Mund nimmst, ich sehe mich als eine bedrohliche Fashion, und ich sage dir noch einmal Fashion, jeden Tag betreibst du Cybermobbing, ich nehme das alles öffentlich zurück, ich nehme das alles öffentlich zurück, jetzt, jetzt, wo ich gerichtlich dagegen vorgebe, wirst du es zurückziehen, jetzt wirst du zurückrudern, Fashion, ich ruhe nicht zurück, Fashion, es gibt immer einen gerichtlichen und außergerichtlichen Weg, und manchmal sagen, wir können den auch außergerichtlichen klären, das kann für mich kein Problem, okay, dann unterhalten wir uns halt eben, wir können das auch außergerichtlichen klären, das ist für mich gar kein Problem, du hast es, du hast, du, ich habe, also Fashion, Entschuldigung, ich biete dir gerade eben, was bietest du mir an, dass du, ich biete dir gerade eben an, dass ich das hören soll, mich zurückzuholen soll auf TikTok, und du treibst weiter deine Islamkritik, indem du über palästinensische Kinder lachst, oh, ganz krass, nein, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, also, ich, ich will grundsätzlich eine Sache von dir wissen, es geht nicht so sehr darum, was ich jetzt sage, ich will grundsätzlich wissen, weil sonst lasse ich diese Diskussion sein, und dann schließe ich diesen Stream, und dann ist alles okay, ich will nur von dir wissen, bist du an einer Klärung der ganzen Angelegenheit, ohne dass es öffentlich wird, ohne dass es vor Gericht geht, und Anwälte eingeschaltet werden, möchtest du mein Angebot wahrnehmen, und wir reden wie zwei Männer miteinander, und wir lösen das, und wir treffen uns in der Mitte, und ich mache meine Zugeständnisse, du machst deine Zugeständnisse, und wir gehen wie zwei Männer auseinander, mehr will ich doch von dir gar nicht hören. Guck mal, ich habe gesehen, wie du mit Stürzenberger umgegangen bist, und EFM PC, also über Mann sein reden, brauchen wir da nicht zu diskutieren, du bist da schon ein bisschen hinterhältig bei sowas, deswegen bin ich da zu vorsichtig. Ich will keine Fächen, ich will kein Feedback von dir haben, wie ich mich nicht vertrauen, du kannst jetzt, bitte, ich vertraue dir da null, du bist da null vertrauenswürdig, noch mal, noch mal, du bist da nur vertrauenswürdig, weil du hast eben gerade gesagt, wenn man Worte ausgespricht, Kieran ist ein guter Mensch. Wenn man Worte, du mal Kieran, Kieran, du weißt, was Sharaf und Namus heißt, oder? Ja. So, das müssen die Leute jetzt nicht wissen, was das bedeutet, die das wissen, wenn ich über Sharaf und Namus rede, und egal, was ich mit dir gemacht habe, ja, würde ich dich, wenn du mein Freund wärst, ja, egal, was du mir angetan hast, ja, egal, was mit mir passiert ist, was wir zusammen erlebt haben, ja, die guten Zeiten, ja, und auch, würde ich niemals mehr erwähnen, ich würde dich einfach vergessen und ich würde dich einfach dein Leben weiterleben, aber guck mal, nur als Beispiel, dass selber hast du mit den anderen Jungs gemacht, mit denen du jahrelang unterwegs warst, ja, und deswegen kann ich dir in diesem Fall null vertrauen. Gut, wenn das deine Feststellung ist, deine Feststellung, das ist absolut okay, du hast keine Ahnung von den Konflikten da draußen, die ich mit Leuten führe, du hast keiner, übrigens, übrigens, du hast behauptet, du hast behauptet, dass ich aus der BPE rausgeschmissen worden bin, wenn du dich ein bisschen mit dem Vereinsrecht auskennst, hast du ein Rücktrittsschreiben geschickt, weil, ich habe auch das Rücktrittsschreiben bei mir hochgeladen, weil, und dieses Rücktrittsschreiben ist wegen dir, weil ich von meinen Kameraden keine Unterstützung bekommen habe, deswegen, alles ziehe ich auf dich zurück, auf diese Sache, wenn ich denken würde, du bist nicht der Initiator hinter meinem Hausbesuch, dann würde ich doch jetzt gar nicht mit dir reden, würde ich sagen, Fashion, zieh mal weiter, ich suche schon den richtigen. Ich bin fest überzeugt, du bist der Initiator dieses Chaos, aber ich sage trotzdem, ich sage trotzdem, da du ja jetzt gesagt hast, du möchtest dein Cybermobbing weiterführen, Ich rede nicht von Cybermobbing, ich rede davor, deine Aussagen, deine Aussagen den Leuten zu zeigen, die du triffst, alles klar, Fashion, 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 es ist dein gutes Recht, gutes Recht weiterzumachen, und es ist mein gutes Recht, darauf zu reagieren, und ich sage dann einfach, vielen Dank, dass du da warst, ich werde dann die Dinge tun, die ich tun muss, du tust die Dinge, die du tun musst, und so wird jeder dann das tun. Es tut mir leid, dass du, mir tut es, was mir leid tut, Kian, dass du mein Angebot heute nicht angenommen hast, wir könnten das in 10 Minuten alles beenden, und wir könnten die Männer aus dem Spiel rausgehen, und wir könnten gegenseitig Handcheck machen, einen virtuellen Handcheck, und alles wäre okay, und es ist alles okay, und niemand bräuchte dann einen Anwalt. Du musst alles über TikTok sportlich sehen, aber ich sage dir noch eine Sache, weißt du, was ich traurig finde? Du bist, glaube ich, jetzt 51 Jahre alt, denke ich mal. Vielen Dank, Steffi Hartlik, dass sie geschrieben hat, wenn er Kian kurz vor dem Hausbesuch noch drohte, bis Stufe 6 zu eskalieren. ich habe nicht gesagt Stufe 6, ich habe gesagt, ich habe das Video, ich habe das Video, da sage ich zu dir, unser Buch wird mehrere Kapitel haben, und ich glaube bis Kapitel 6. Alles klar. Das habe ich so gesagt, ich habe nicht gesagt, mit Esker zu stehen, das ist auch gelogen. Das wiegt schwer. Du bist auf Konfrontationskurs, und das wiegt schwer. Und ich sage noch mal, mein Anwalt kann total beschissen sein, deswegen ist es völlig egal, was mein Anwalt sagt. Ich will dir nur sagen, ich will dir nur sagen, jeder Anwalt hätte dir empfohlen, sie zuziehen. Wenn du so ruhig redest mit mir, wenn du so, wenn du, wenn du, ich habe eigentlich erwartet, dass du jetzt hier loslegst. Habe ich noch nie gemacht. Und ich dachte, okay, wir können, es kann wieder in der, in der großen TikTok-House, kann theoretisch für alle wieder Frieden einkehren. Und ich sage dir, meinen Worten würde ich Taten folgen lassen. Du würdest also von mir bezüglich deiner Person nie wieder was hören. Nie wieder. Und dann würdest du sehen, nach einem Monat und zwei und drei, oh, Kian hat sein Wort gehalten. Das wäre der Fall gewesen. Deswegen sage ich dir, ich habe gehofft, dadurch, dass du hochgekommen bist, okay, es wäre möglich, wir sind erwachsene Männer, wir könnten das regeln, auch wenn du von mir nichts hältst. Ich halte von dir auch nicht viel. Aber trotzdem, manchmal muss man über seinen Schatten springen und die Dinge einfach lösen. Aber Kian, du bist doch ein, Kian, du bist doch, guck mal, normalerweise, normalerweise, du weißt ja, bei uns, wir sagen zu einem älteren Mann Onkel, ja? Einer der Älteren ist auf Respekt. Bitte, ich möchte von niemandem Onkel genannt werden. Ich will mit diesem Quatsch nicht konfrontiert werden. Okay, aber du weißt, aber du weißt, wie es bei uns ist, aus Respekt. Ja, ich respektiere meine ältere Familienangehörige und ältere Verwandte und Freunde. Die respektiere ich alle. So, gut, und ich hätte dich normalerweise auch immer Halo genannt oder sonst irgendwie, ja? Ich hätte dich so bezeichnet, so. Aber, ich habe ein Problem. Du wirst, ich sag's dir wirklich, du hast so viele Straftaten begangen, Kian, ja? Lass es einfach sein. Du, 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 du grabst, ich sag dir wirklich, gerichtlich, von der Justiz aus gesehen, ja? Zwei Minuten sind glaube ich vorbei. Fächen, das entscheidest du nicht, Fächen. Das entscheidest du nicht, Fächen. Das ist meine Empfehlung nur an dich. Das ist eine Empfehlung. danke dir, ich nehme dir Empfehlung an, aber Fächen, Fächen, das ist nicht deine Entscheidung, was eine Straftat ist. Deswegen, ich kann dir jetzt so viel an den Kopf werfen und könnte trotzdem daraus eine Straftat machen. Und trotzdem habe ich dir jetzt eben gerade gesagt, deswegen sage ich dir jetzt gerade eben, ich sage dir jetzt zum allerletzten Mal, weil es Zeit für mich ist, diesen Stream zu beenden. Von was hast du Angst? Vom 13. Da passiert nichts. Nein, ich habe nicht von dem 13. Da kommt ein Video. Mehr ist es nicht. Nein, ich habe nicht von dem 13. Angst. Ich gehe seit sechs Jahren machen Menschen viel schlimmere Dinge, als du mit deinem Besuchshausvideo an meiner Tür gemacht hast. Was wäre ein Besuchshausvideo? Wiederholst du schon wieder. Der Wahnsinn. Aber wenn ich nicht glauben würde, dass du es warst, dann würde ich deinen Namen nicht erwähnen. Ja, ich glaube auch an den Weihnachtsmann. Ich kann mich nicht von meinem Anwalt hinsetzen und sagen, er war es. Und dir gegenüber mache ich das Zugeständnis, dass du es nicht warst. Wenn ich glauben würde, dass du nicht der Initiator wärst, dann würde ich deinen Namen nicht erwähnen. Und ich sage es nochmal. Hast du einen Beweis, hast du einen Beweis, dass ich das war? Nur einen einzigen? Einen Mini-Beweis. Wenn du hier öffentlich reden kannst, bitte. Einen Beweis. Bitte, Kian. Fächen. Ich habe so Respekt vor dem Gereden. Ich werde diese Dinge, Fächen, ich werde diese Dinge doch nicht dummerweise hier im Spiel ein Beweis. Wenn du doch einen Beweis hast. Ich gebe es jetzt. Wenn du einen Beweis hast. Ich habe viele Leute, die diesen ganzen Vorfall dokumentiert haben. Ja. Zum Beispiel, wie diese Stefanie, die jetzt gerade hier drin war, die sehr aufgepasst hat, wie die Dinge eskaliert sind. Was ich sagen will ist, was ich sagen will ist, wir können uns gegenseitig jetzt diese Sachen an den Kopf werfen. Ich habe dir nichts an den Kopf geworfen. Das warst du die ganze Zeit. Bei uns, bei uns im orientalischen, im islamischen Raum, wir kommen, unsere Ehre ist sehr wichtig. Und deswegen wollen wir öffentlich nicht verprügelt werden. Nein, ich bin in Deutschland geboren. Kian, ich bin in Deutschland geboren. Ich bin in Deutschland geboren. Ich weiß, aber trotzdem spielt Ehre eine große Rolle. Marokko, warte mal ganz kurz, Kian. Ich bin in Deutschland geboren. Ich habe von Marokko nichts. Marokko hat mir noch nie was geschenkt. Ich gehe da meine Familie besuchen, die noch dort leben. Alles klar. Und das war schon die letzten, ich war die letzten sechs, sieben Jahre nicht mehr dort gewesen, Kian. Ich halte mich deutsch. Verstehen Sie es? Da gibt es nichts von Ehre oder sowas. Der schenkt, der schenkt keiner was im Leben. Mich kannst du mit so Ehrensachen und so weiter gar nicht triggern. Okay, wunderbar, wunderbar. Dann sage ich dir nur eine Sache. Dann sage ich dir nur eine Sache. Was du aus meinem Leben machst, ist deine Sache. Ich habe mich nicht mit deinem Leben so beschäftigt, wie du dich mit meinem Leben beschäftigt hast. Irgendwie schon. Und ich habe nur deine Daten gesammelt, weil ich einfach gedacht habe, ich werde vielleicht demnächst vor meiner Haustür ermordet. Oder meiner Familie wird was angemeldet. Was redest du da? Immerhin haben Leute in deinen Chats gesagt, wir schnappen uns deinen Sohn. Das wurde in deinen Chats erwähnt und die wurden nicht zensiert, diese Leute. Ich will hier nur eine Sache sagen. Wer hat das behauptet? Fächen, ich wiederhole das noch mal. Ich war gar nicht dabei gewesen. Fächen, das waren in deinen Streams. In deinen Streams, wo du dich unterhalten hast. In meinen Streams, wenn ich Leute... Dann hast du das im Chat nicht gesehen. Du hast in deinem Chat geduldet, dass Leute gesagt haben, aufgrund deiner Haltung zu mir, wir schnappen uns Kians Sohn. Nein, das wollte ich. Ich habe das alles. Also jeder, der das lag... Ich habe die Videomitschnitte. Ich habe die Videomitschnitte. Und ich weiß, dass du es toleriert hast in deinen Livestreams, dass Leute meinem Sohn, meinem schwer kranken Sohn, beleidigt haben und ihm schnappen wollten. Das habe ich sehr ernst genommen. Das war der einzige Grund, warum ich angefangen habe, überhaupt meine Nase in dein Leben zu schnappen. Nein, nein, nein. Deine Nase war schon seit dem 30. Dezember da drin. Ganz tief. Nach dem 30. Dezember habe ich meine Nase in dein Leben gesteckt, weil ich gedacht habe, du bist es. Und in meine Familie. Und ich bin immer noch davon überzeugt. Aber, aber, alles, was ich jetzt sage, und das ist alles, was ich jetzt noch sagen will. Ja. Ja, alles, was ich jetzt, alles, was ich sagen will, ist, ich entschuldige mich öffentlich bei dir. Sehr aufrichtig sogar, weil ich würde nie deine Eltern damit reinziehen. Ich würde das, ich würde das Missverständnis ausgleichen und ich würde das auch sagen. Und du beendest dein Cybermobbing. Du beendest deine Belustigung über mich. Und ich, im Gegenzug, werde die Dinge, die du als ein Problem empfindest, reparieren, den Schaden in Ordnung bringen, so, dass deine Reputation wieder hergestellt wird. Und dann lässt du mich in Ruhe. Und dann lässt du Anna in Ruhe. Und die anderen jüdischen Freunde in Ruhe. Und jeder geht seinen Weg. Ich habe erstmal, ich habe kein Problem mit Jüdisch. Ich habe noch nie irgendwas Antisemitisches oder irgendwas gegen Juden gesagt. Ich kritisiere einzig und allein den israelischen Staat, die Regierung. Kannst du machen, Fäschchen. Das ist wie ein guten Tag darüber. Die Regierung von Israel kritisiere ich. Israel hat ein Existenzrecht, genauso wie der Staat Palästina, zusammenzuleben auf diesem Stück Land. Und genauso wie die Christen. Jede Stadt der Religion hat Anspruch auf dieses Land. So, aber für mich wäre am besten sogar eine Einstaatlösung, ja. Mir wäre es auch egal, ob das ein Davidstern wäre, weil der Prophet Dawud war auch einer unserer Propheten. Das ist mein Gedanke, ja. Fäschchen, du hast in einem Video hast du Leute angespornt, den israelischen Pass anzuschauen. Ich habe keinen angespornt. Er hat den Pass angespuckt und ich habe gelacht. Worüber ich gelacht habe, hat euch noch nicht zu interessieren, worüber ich gelacht habe. Ihr wisst doch gar nicht, warum ich gelacht habe. Ja, aber das spielt keine Rolle. Tatsache, es gibt diesen Mitschnitt und du hast das getan. Ja, ein Mitschnitt, richtig. Fäschchen, du fängst immer wieder von vorne an, immer irgendetwas einzubauen. Ich will, ich sage dir heute, ich sage dir heute, Ja. Verstehst du, dass ich hier heute und hier vor allen den Leuten sagen, die jetzt hier drin ist, bist du in der Lage, dein Cybermobbing gegenüber mir einzustellen und ich korrigiere die Vorwürfe gegen dich? Du hast gegen mich nichts in der Hand. Was verstehst du nicht? Und gegen deine Familie und ich, ähm, Du hast schon meine Familie mit reingezogen. Es gibt Leute, Du fängst schon wieder an mit der Diskussion. Es gibt Leute, Es gibt Leute, Schmeiß den raus jetzt, Kian. Es gibt Leute, Kian, es gibt Leute, Fäschchen, du fängst schon wieder an. Du fängst schon wieder an. Warte mal ganz kurz, Kian. Im Gegensatz zu deiner Familie gab es Morddrohungen an meine Familie. Schon, ja? Im Gegensatz zu dir. Ja? Das ist ein Riesenunterschied, Kian. Ich wünsche deiner Familie, ich hoffe, jeder... Ja, du kannst jetzt alles behaupten, aber die Tatsache, dass bei mir zweimal Menschen an meiner Tür waren, wäre ich in der Nähe, Kian, wäre ich in der Nähe, würde ich das gar nicht zulassen, dass jemand, weil bei uns gibt es eine Regel, ein Prinzip, ein Gesetz, nicht vor die Haustür. Vor gar keiner Haustür. Wenn ich dich, wenn ich was zu klären habe... Du machst jetzt Propaganda für den Stream hier, damit du weißt, dass dieser Stream von mir aufgenommen wird und du weißt, dass sich das sichere, dass du dich entschuldigt hast. Du machst jetzt Propaganda, du sagst das jetzt für meinen Anwalt. Die Leute beleidigen auch in deinen Kommentaren die ganze Zeit. Du sagst das jetzt für meinen Anwalt, das weißt du jetzt auch. Du weißt jetzt auch, dass du jetzt das direkt, du sagst das direkt jetzt durch die Blume für meinen Anwalt. Was ist das? Indem du mit diese Sprüche kommst, Haustür ist tabu. Wenn es tabu gewesen wäre, hätte ich nicht... Das ist bei uns gesetzt, das weiß jeder. Fächern, ich will Schluss machen. Ich will Schluss machen. Mach Schluss, mach Schluss. Alles gut hier. Ich bin dankbar, dass du da bist. Ich finde das stark von dir, dass du dich entschuldigt hast. Ich habe dich noch nicht entschuldigt. Da bin ich noch lange nicht. Du hast dich schon entschuldigt, aber okay, wenn du dich entschuldigt hast, dann... Nein, was ich sagen will ist, wenn du Hand geben kannst, dass dieser Cyberkrieg aufhört zwischen uns, dann werde ich alles in die Wege leiten, dass du mit dem Endergebnis zufrieden bist. Was ist denn das Endergebnis, Kian? Das Endergebnis ist, dass du mir nicht auf den Keks gehst und dass ich dir nicht auf den Keks gehe. Das Endergebnis ist, dass wir uns nicht irgendwann in der Wirklichkeit sehen müssen vor Ämtern und vor der Justiz. Das ist das Endergebnis, das ich vermeiden möchte. Das ist alles. Es wird ein Kopfschmerzen sein für mich und für dich. Ob du jetzt darüber lachst oder nicht, es wird schlussendlich, wird es uns sehr lange beschäftigen. Und ich will eigentlich mein Leben weiterleben, mich um meinen kranken Sohn kümmern und ich möchte mein Leben weiterleben. Und du bekommst deine Entschuldigung, die ich aufrichtig aussprechen werde, falls dich das gekränkt hat mit deiner Familie, dann wirst du die auch bekommen, weil Familie ist auch für mich was Wichtiges. Aber alles, was ich dich jetzt gefragt habe und immer wenn ich dich frage, ob du bereit bist dazu, fängst du mit einer zweiten Geschichte an. Ich will einfach nur von dir wissen, zeigst du Bereitschaft, die Dinge zu lösen oder sagst du, okay, du bist der, ich will aus dir, ich will das Cybermobbing weiterführen und du bist jetzt meine Belustigungsfigur und du bist jetzt mein Spielzeug und ich werde jetzt weiter Rufmord und Verleumdung gegen dich machen und so weiter und so fort. Denn das letzte Wort über das, was du zusammenschneidest, ist noch lange nicht gesprochen, ob das nicht Verleumdung ist. Aber die Gerichte müssen entscheiden, dann schlussendlich, ob ein Mitschnitt von einem Gerede nicht aus dem Kontext gerissen ist und so weiter und so fort. Nein, nein, ich habe das Ganze, ich habe, Kea, du hast alle Videos, du hast alle Videos, aus Angst, aus Angst hast du Videos aus YouTube gelöscht. Falsch, 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 Ich habe die Videos, ich habe über 150 Videos gelöscht. Nicht deine Videos. Alle, die mit uns zu tun haben. 150 gelöscht, 150 Videos gelöscht, weil YouTube mir für den 13. Mai das Partnerschaftsprogramm vorgeschlagen hat und YouTube gesagt hat, ich muss alle kritischen Sachen rausnehmen, die das Partnerschaftsprogramm verhindern. Und deswegen habe ich nicht deine Videos rausgenommen, das waren übrigens alles meine Videos, sondern ich habe alle Videos rausgenommen, die YouTube wollte, dass ich sie korrigiere. Und da ich nicht wusste, was ich da korrigieren soll, habe ich meinen ganzen Kanal gereinigt, weil am 13. Mai am 13. Mai will YouTube in das Partnerschaftsprogramm reinwerfen. Du bist nicht der Grund. Ich finde das klasse, ich finde das auch klasse gerade. Warte mal ganz kurz, ich finde das auch klasse gerade, dass du mit einem Erhan aka panischer zusammenarbeitest. Ich kenne den Erhan nicht, ich hatte noch nie mit der Patientin zu tun, ich habe mich alle hochgeholt. Und warte mal, Erhan, ich muss mal ganz kurz dich rausnehmen, weil Erhan, ich kenne dich nicht, warte mal bitte eine Sekunde ab, Erhan. Ich habe die, was heißt krass, ich kenne ihn nicht. Ja, du kenne ihn nicht, aber du kommst später wieder hoch, okay. Nein, ich wollte diesen Stream jetzt nach dir schließen. Okay. Und alles, was ich von dir will, ist, ich zeige jetzt, ich strecke jetzt meine Hand zu dir aus und sage, beende dein Cybermobbing. Ich kenne alles andere. Wir gehen wie zwei Männer auseinander, auch wenn du mir nicht glaubst, was das, was ich sage, ist so, wie es ist. Und wir lassen uns gegenseitig in Ruhe und wir geben ein gemeinsames Statement ab und wir können von mir aus auch privat dann noch mal eine Stunde miteinander reden und wir lassen unsere Teams in Ruhe. Ich werde nichts mehr über Palästina in dieser Form sagen, die Menschen verletzt. Es ist okay. Ich will sowieso eher auf der Anna-Schiene fahren, weil Anna macht das viel besser als ich. Deswegen begleite ich eher, was Anna tut. Dann hat sich nichts geändert. Wenn du auf der Anna-Schiene gehst, dann hat sich nichts geändert. Was macht denn Anna jetzt so Schlimmes? Also guck mal, ich habe ja kein Problem, wenn man Jude ist und Israel verteidigt. Weil es ist ihr Land dann, wenn die sagen, wir möchten Israel verteidigen, wir haben ein Problem mit dem 7. Oktober. Da sind halt Menschen von uns gestorben und jede Seele tut mir leid, die da gestorben ist am 7. Oktober. Aber wenn man die über 30.000 Menschen vergisst und so macht, als wären das irgendwelche Küchenschaben, diese Menschen, die da gestorben sind, im Gazastreifen. Und so macht, als wären diese Kinder, die gestorben sind. Bei mir sind Freunde im Freundeskreis, die dort Cousinen und Cousins verloren haben, die im Alter von 5 bis 7 Jahre alt waren, die Bomben gestorben sind, die begraben wurden, die verbrannt worden sind, Kian. Und wenn dann ein Mensch, solche Aussagen, solche Ereignisse sind da umgekommen. Nein, warte mal, das ist keine Propaganda, die ich hier mache, weil das sind Fakten. Diese Menschen sind da gestorben. Anna und ich glauben nicht, dass es 30.000 sind. Okay, der US-Präsident Joe Biden, der US-Präsident, der beste Freund von Bibi, von Benjamin Netanyahu, behauptet selber vor drei Wochen, es wären 27.000. Fäschling. Der Präsident Vereinigt den Staaten von Amerika, der, der, wo die größten Eier auf dieser Welt hat, sagt, es sind 27.000 Menschen. Fäschling, merkst du was? Und ein Kian, die niemand auf dieser Welt kennt, kommen auf TikTok und sagen, das wären Puppen. Fäschling. dann sag mal bitte. Fäschling, merkst du was? Ich rede von einer Sache und du gehst wieder zur Politik. Jetzt lass mal Palästina beiseite. Wenn Palästina das Hindernis ist für dich, die Hand auszustrecken, dann sag es doch und verbrate doch nicht diese Zeit. Aber ich sage, ich rede nur über diesen Konflikt zwischen uns. Und ich frage dich jetzt zum allerletzten Mal. Zum allerletzten Mal. Es macht keinen Sinn, Kian. Kian, 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 Kian. Es macht keinen Sinn, weil ich zeige von dir, ich zeige von dir nur Videos, die du aussagst. Okay. Das war das, was ich wissen wollte. Ich wollte doch nicht mehr wissen. Ich wollte doch nicht mehr wissen. Ja, jetzt kannst du das deinem Anwalt weitergeben. Ich zeige von dir, ich zeige nur die Videos. Es ist doch alles okay, Fäschling. Ich zeige nur die Videos von deinen Aussagen Wort für Wort. Gut, alles klar, wunderbar. Da wird nichts dazu gefügt, und dann diskutieren wir darüber. Konntest du das nicht eine halbe Stunde vorher sagen? Ist das für dich Cybermobbing, Kian? Es ist Cybermobbing für mich. So sieht das auch mein Anwalt. Ist das Cybermobbing für dich, wenn ich deine Aussagen nochmal zeige? Es ist nicht schlimm, Fäschling. Es ist okay. Ich habe gehört, was ich hören musste, Fäschling. Ja, aber ich wollte die Dinge klar machen. Ich wollte die Dinge klar machen, und ich wollte, er nennt es Cybermobbing, und es wird als solches auch durchgehen. Kannst du ja versuchen. Kannst du ja versuchen. Kannst du ja versuchen. Ich sage dir schon mal so, deine verleubnischen Begriffe, wie Minijihadist, Fashion, du Miniterrorist, du Terrorist, du Zuhälter, du Clanmitglied, du Health Angels Anhänger, du bist ein Wachstum, du bist ein Waffenbesitzer, du hast drei Frauen in die Zuhälterrei geschoben. Ach, das war ein Teil, das war ein Teil meiner nächsten Kampagne. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, was der Richter sagen wird, aber ich sage dir mal so, Nein, nein, ich hätte da einen Trumpf in der Tasche gehabt, vor Gericht hätte ich einen Trumpf in der Tasche gehabt, Fashion. Aber diesen Trumpf wirst du dann eben sehen, wenn es dazu kommt, zu diesem Vorwurf. Ja, dann lass diesen Trumpf, dann pack diesen Trumpf. Guck mal, du hast ein Foto mit dieser Frau. Du hast ein Foto mit dieser Frau. Und dieser Trumpf in der Tasche. Du denkst, du denkst, du bist Yu-Gi-Oh! und packst jetzt die letzte Karte raus und sagst, hier, Bäm, ich hab dich jetzt. Das passiert nicht. Alles okay, es ist alles okay. Fashion, fashion, schau mal, ich habe so viele Schraubenbilder, ich habe mit so vielen Frauenbildern. Warte mal, Fashion, ich muss dich kurz stumm. Ich wollte diese schmutzige Wäsche heute hier nicht waschen. Ich fand es gut, dass du hochgekommen bist und ich hab dich um nichts gebeten, außer um die Frage, ob du in der Lage bist, dein Leben weiterzuleben und mich, mein Leben, weiterleben zu lassen. Das war die ganze Frage. Und wenn die Frage jetzt heißt, nein, ich mache weiter, dann okay, aber dann hättest du mir die Sachen auch vor einer Stunde sagen können, ich lege dir doch keine Steine in den Weg. Du sagst deine Sachen, ich sag meine Sachen, du fertig. Ich verknüpfe das mit dem Hausbesuch, ich verknüpfe das mit dem Hausbesuch, ich verknüpfe das mit meinem seelischen Zustand, ich verknüpfe das mit meiner Gesundheit, die du dadurch umhierst. Ja, du hast auch meine Gesundheit, meine Familie gefährdet. Und du setzt mich Gefahr aus. Du hast auch die Gefahr meiner Familie. Du hast 12.000 Menschen dazu aufgerufen, selbst ist gut zu begehen, meine Familie aufzusuchen. Du setzt mich ins Visier. Du willst, dass Muslime mich umhoben, ich habe alles chronologisch aufgelistet. Muslime mir zu nahe kommen. Zweimal ist es passiert, das dritte Mal werde ich mit einem Messer auf der Straße liegen. Du bist einer von denen. Und das werden die Gerichte vielleicht würdigen. das stimmt nicht, Kieran. Meine zwei Hausbesuche. Und jetzt danke ich dir, Feschen, ich danke dir, dass du da warst. Kieran, alles wieder Verleumdung, alles wieder Verleumdung. Du hast mich wieder selber ins Knie geschossen. Ich danke dir, dass du eine Stunde meines Lebens also im Mülleimer geschmissen hast. Du hättest das alles in 5 Minuten klären können und dann hätten wir gesagt, wir gehen auseinander. Du hättest das in 5 Minuten klären können. Du hättest ganz einfach entschuldigen sollen, der hat es gesagt, der hat mal zu, diese ganzen Aussagen, die ich gegenüber Feschen getroffen habe, haben null Gewicht, weil ich keinen einzigen Beweis habe. Feschen, es tut mir leid. Genau das ist der Irrtum. Das ist das Problem, Feschen, es tut mir leid, was ich behauptet habe. Du weißt nicht, was ich für Beweise habe. Feschen, ich habe nicht einen Beweis, dass du den Hausbesuch inszeniert hast, aber ich habe deine Bilder hochgeladen. Feschen, du weißt nicht, was ich habe. Feschen, du weißt nicht. Das ist dein Problem. Deswegen fühlst du dich so sicher. Und im Grunde genommen versteckst du jetzt deine Unsicherheit mit diesen Statements. Du weißt nicht, was ich habe. Du kannst es haben, akzeptieren. Du weißt nicht, was ich von dir habe. Und das ist das Problem. Und deswegen wollte ich diese Sachen friedlich klären. Und ich wollte diese Sachen auf einer Ebene klären, dass jeder in Ruhe gelassen wird, weil ich keinen Fall auf diese Gerichte habe. Diese Sache, diese Sache, aber wenn du willst, ist es okay. Diese Sachen müssen gerichtlich geklärt werden, damit an dir ein Exempel statuiert wird in Deutschland. Okay, wunderbar. Vielen Dank, Feschen. Du machst dich ein ökelhafter Mensch, du bist. Vielen Dank. Kein Problem. An dir muss ich ein Exempel statuiert werden. Gut, alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Und welche Aussagen du gegenüber meiner Familie getroffen hast, über mir als Person. Okay, Feschen. Gut, ich hatte dir genug Plattformen gegeben. Feschen, vielen Dank. Feschen, Vielen Dank. Vielen Dank. Ich brauche nichts mehr zu hören. Vielen Dank. Vielen Dank. So, okay. Freunde, ihr habt gesehen, dann wird passieren, was passieren muss. Ich hatte, ich hatte, das hätte er alles mir in fünf Minuten sagen können, aber er hatte kein Interesse, das mit mir zu lösen. Am Ende hat er gezeigt, dass seine arabische Mentalität durchbricht, diese rachsüchtige arabische Mentalität. Ich werde es dir zeigen. Ich konnte auch den Halbkode spielen und diese ganze Spiele durchziehen. Ich habe alles in meiner Macht liegende getan, aber er weiß nicht, was ich habe. Er weiß nicht, was ich in der Hand habe gegen ihn. Er weiß nicht, was mein Anwalt zusammengebaut hat. Er weiß im Grunde genommen gar nichts. Und weil er das nicht weiß, kann er auch nicht von Verurteilung und ein Exempel statuieren sprechen. Das alles ist null und nichtig. Es sind seine Worte. Aber ich habe heute gedacht, es könnte vielleicht aufhören. Frieden könnte in die Community zurückkommen. Und es hätte Anna, Svetlana und all diese Leute da draußen, könnten in Ruhe und in Frieden weitermachen. Aber er hat diese einmalige Chance, er hätte diese große Chance gehabt. Und das ist interessant. Wir sind nicht blöd, Kian. Wir wissen, dass er gelogen hat. Wir wissen, dass er das Schlechte redet die ganze Zeit von Radikal. Er ist der Radikale. Das hört man doch raus. Das merkt man doch. Ja, also du siehst zum Beispiel, dass, Entschuldigung, ich muss das mal, also bei den Pro-Israel-Streams wird nur gemobbt von Seiten von Fashion und so. Juden fühlen sich dadurch bedroht. Und ich finde es gut, dass es da einen Zusammenschluss von einigen jüdischen Kräften gibt, die sich das nicht mehr erlauben. Der Angriff erfolgt ja nicht nur durch mich, sondern es ist eine koordinierte Aktion gegen ihn. Und er hätte das heute sich alles sparen können. Er hat zwar keinen Namen und kein Bild im Netz. Und alles, was ich gegenüber Fashion sage, hat überhaupt keine Bedeutung, weil Fashion weder mit seinem echten Namen im Internet hausieren geht, noch mit seinem echten Gesicht. Deswegen wird jeder Richter sagen, du hast gegenüber Fashion das gesagt, aber das kann ja jeder x-beliebige sein. Ja, und deswegen hat das keine Bedeutung. Aber er, was er gegenüber mir gesagt hat, mit meinem Gesicht und meinem Namen, das spielt vor Gericht eine Rolle. Und das wollte ich ihm klar machen. Das ist im Grunde genommen, darauf hinaus läuft das kein, das hat auch mein Anwalt gesagt, wer ist Fashion? Es ist nicht, solch einen Namen gibt es nicht. Wo ist sein Bild, wo ist sein Klarname? Gibt es nicht. Er ist überall anonym unterwegs und kein Anwalt und kein Gericht dieser Welt würde bestätigen, dass hinter diesem Profil er stecken könnte. Und deswegen wird das null und nichtig erklärt. Aber ich bin mit meinem Gesicht zu sehen. Und da zählt jedes Wort, das er gegen mich gesprochen hat. Jedes Wort. Ja, und alles zählt, was er gegen Menschen mit jüdischen Wurzeln gesagt hat. Gegen Beats, gegen die anderen jüdischen Freunde. Da zählt es. Ja, und immer noch gibt es so etwas wie einen Schutz, den Juden hier in Anspruch nehmen können, die gut vernetzt sind mit Anwälten und so weiter und so weiter. Ich wollte einfach, dass die Dinge heute ihr Ende finden. Ich wollte, dass Anna in Ruhe gelassen wird, dass Svetlana in Ruhe gelassen wird. Ich hätte Hope eine Chance gegeben. Ich hätte Löwenherz eine Chance gegeben. Jeder hätte eine Chance heute bekommen. Und sie hätten auch von mir Zugeständnisse bekommen. Und wir hätten gesagt, okay, im Eifer des Gefechts haben wir alle fürchterliche Dinge zueinander gesagt. Und alles wäre gut gegangen. Aber dann... Heute ist rausgekommen, dass du ein guter Mensch warst und dass er sich wieder schlecht gezeigt hat, nicht ehrlich war, das verleugnet hat. Heute ist alles rausgekommen. Du hast es probiert, vernünftig, erwachsen, wie ein richtiger Mensch. Aber es hat... Er wollte es nicht. Er wollte es nicht. Es ist aber auch klar, die sind bekannt dafür. Gerade Nordafrikaner, Marokkaner sind bekannt dafür. Algerier oder diese ganzen Nordafrikaner, die sind bekannt für die Radikalität. Ja. Mit dem kann man einfach nicht reden. Du hast doch gesagt, ich komme aus dieser Szene. Ich habe selber erlebt, wie böse und schlecht die sind. Die haben dieses Schlechte in sich, die kann man vernünftig, netto. Der hat doch gelacht. Der hat noch darüber gelacht, was du gesagt hast. Ja, ja. Gut. Ich meine, ich hatte keine sonderlich großen Erwartungen an diese Sache. Ich hatte keine großen Erwartungen daran. Ich habe jetzt nicht gesagt, okay, er wird mir jetzt um den Hals fallen. Wir werden uns hier gegenseitig brüderlich abküssen. Und dann gehen wir morgen sofort irgendwo hier beim Libanesen ein Shawarma essen. Das habe ich nicht erwartet. Aber ich dachte, okay, er kommt cool rüber. Er kommt cool rüber. Und wir könnten eventuell heute diesen ganzen Unsinn könnten wir einstellen. Aber das ist okay. Dieses Video ist gesichert. Dieses Video wird in meine Akte aufgenommen. Und der Richter wird hören, dass ich eine außergerichtliche Einigung angestrebt habe. Dass ich den Konflikt gar nicht erst so weit kommen lassen wollte. Aber jetzt muss ich machen, was ich machen muss. Meine Familie ist nach wie vor in Gefahr. Fashins Familie ist niemals in Gefahr. Aber meine Familie ist in Gefahr. Mein Aufruf, Fashins Adresse zu finden, galt immer dem Schutz meiner Familie. Weil er diese Videos hochgezogen hat. Und weil ich fest davon ausgehe, dass er mir diesen Hausbesuch gemacht hat. Und mein Anwalt mit mir zusammen diese chronologische Folge aufgebaut hat. Und deswegen ein Bedrohungsszenario ist hier. Das hat auch die englische Polizei gesagt. Die haben auch gesagt, das nehmen wir nicht auf die leichte Stelle. Wir kehren ganz kurz. Ganz kurz. Ganz kurz. Du hast ja gesagt, du wolltest gleich den Streaming beenden. Wollen wir das dann gleich ganz kurz machen. Das war kurz telefonieren. Weil ich hätte noch ein paar Minuten. Weil jetzt sind wir ja gerade eh noch wach. Dass wir das dann 10 Minuten kurz machen. Und dann können wir uns da kurz austauschen. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn wir das dann hier nachmachen, weil ich habe dann weniger Stress. Frau ist im Krankenhaus und so, damit wir das dann einfach klären, damit das hier, dieser Scheiß hier aufhört, TikTok, diese App, das ist ja absolut bodenlos. Absolut. Absolut. Sehe ich genauso. Und ich war schon runter vom TikTok. Von mir hätte man sowieso nichts mehr in diese Richtung gehört. Und ich bin eigentlich nur wegen Anna hochgekommen. Es ist mir eine große Ehre, dass ich mit Anna da zusammenarbeiten kann und so weiter und so fort. Aber... Wie gesagt, machen wir gleich. Ich werde mich gleich bei dir. So. Also Freunde, ihr habt das alle mitbekommen. Ihr habt das mitbekommen. Ihr habt gesehen, ich hatte versucht, alles in Ordnung zu bringen. Ich wollte wirklich diesen Frieden herstellen. Und ich wäre auch gewillt gewesen. Und ich wäre auch über meinen eigenen Schatten gesprungen. Ich hätte gesagt, alles klar. Ich springe über meinen eigenen Schatten. Und ich entschuldige mich aufrichtig. Wenn ich schlimme Sachen gesagt habe, die wirklich übelst verletzend waren. Hey, dann bin ich... Dann ist es okay. Kieran, wir wissen, dass du ein guter Mensch bist. Ja. Man merkt das doch. Man weiß das doch. Man ist doch... Man kennt sich doch selber. Aber der andere Typ, die anderen, die dich belästigen, die sind nicht okay. Und man muss denen das Handwerk legen. Weil so geht das nicht weiter. Leute zu belästigen, zu bedrohen. Und Cybermobbing und das gehört sich alles nicht. So ab Kieran. Mein Sohn ist... Mein Sohn ist... Mein Sohn ist sehr krank. Und er leidet darunter sehr psychisch. Weil jemand an seinem Geburtstag... an meine Tür gekommen ist. Und das hat mein Sohn als sehr schwerkrankes Kind sehr mitgenommen. Und leider war er es, der die Tür aufgemacht hat. Und dieser Halbwilde, der an meiner Tür gestanden hat, der aussah wie aus einem Taliban-Kinderbuch. Ja, mit seinen wilden Haaren im Gesicht, im fetten Bart. Und rumschreiend nachts um elf im Regen schreit er rum. Das hat mein kranken Jungen... völlig im Eimer gemacht. Und jetzt sehe ich, Jerusalem ist da. Aber Jerusalem ist nicht Fashion. Es ist Hope. So, klar. Ich brauche zwei Minuten. Nein, nein. Ich darf mich anschreien. Hope. Hope. Es gibt folgende Regeln. Ich habe... Du... Ich biete dir wie Löwenherz zwei Möglichkeiten an. Okay, gut. Die lachen das. Die ziehen das. Gut, okay, gut, gut. Okay. Kein Problem, kein Problem. Also, ich wollte ihr das Gleiche sagen wie Löwenherz. Ich wollte sagen, wir können das öffentlich hier auseinandernehmen. Oder wir ziehen uns zurück in die Atmosphäre von unter vier Augen. Und wir unterhalten uns unter vier Augen. Und dann kann man sich auch alles um den Kopf hauen. Aber niemand wird gedemütigt. Niemand wird auseinandergenommen. Und Konsequenzen wird das haben, weil es sich viele Juden einen Anwalt genommen haben jetzt. Weil viele Juden jetzt Beistand suchen wegen der Bedrohung hier in TikTok. Und weil die Juden Angst um ihr Leben in Deutschland haben. Und deswegen, Leute, was losgerissen wird in den nächsten Wochen, ist nichts mehr für kleine Kinder. Es ist wirklich nichts mehr. Hope hat noch keine Konsequenzen gespürt in ihrem Leben. Und die muss sie auch leider spüren. Und ich wollte jetzt, ich wollte ihr diesen Vorschlag machen wie Löwenherz. Löwenherz hat sich zurückgehalten. Er hat gesagt, hey, ich würde es lieber mit dir privat klären. Da kann er loshalten. Da kann er sagen, du Penner, du Wichser, Dreckskerl. Und alles wäre gut gewesen. Alles wäre gut gewesen. Ja, aber ich nehme die Angst meiner jüdischen Freunde wie Beats, nehme ich sehr ernst. Obwohl ich Beats nicht besonders mag. Ja, ich mag ihn nicht besonders. Er wirkt wie ein Hosenscheißer für mich. Und Zadig auch. Aber trotzdem, im Endeffekt, mir liegen die Juden am Herz. Und deswegen bin ich auch voll ganz bei Beats, obwohl ich nichts von ihm kenne. Und das ist es, was ich hier sagen möchte. Und ich wollte Hope die Chance geben, nur diese Frage zu stellen. Und selbst diese Frage konnte sie nicht ohne ein Gelächter unkommentiert lassen. Und das ist sehr, sehr, sehr traurig. Ja, sehr, sehr, sehr traurig. Ja, Mezzomix. Also du siehst, ich habe alles probiert. Ich wollte, dass die Dinge... Aber dann gehe ich halt eben meinen Weg. Das ist völlig in Ordnung. So, wir müssen auch selber aufpassen, weißt du, wenn die Leute so nicht in Ruhe lassen. Es gibt auch heftige Leute, die diese Leute richtig in Visier nehmen können. Vom Feinsten aber. Dann müssen sie gucken, wo sie bleiben, wenn sie so weitermachen. Wir müssen richtig aufpassen. Gerade jetzt müssen die richtig, richtig aufpassen. Ja, dann wird das halt eben eine juristische Kampagne geben. Es wird eine öffentliche Kampagne geben. Ich muss dann mit den Fingern auf die Leute zeigen. Und ich hätte mir gewünscht, dass wir heute das alles beenden können. Zum Wohle meiner Familie, zum Wohle Fashions Familie, zum Wohle aller. Und das wäre wirklich leicht gewesen, wenn jeder über seinen Schatten gesprungen wäre heute. Jeder hätte heute über seinen Schatten springen können. Und ich hätte auch gesagt, okay, meine Statements waren brutal, alles klar. Und ich werde in Zukunft keine brutalen Statements mehr machen. Da war ich empathielos. Alles klar. Ich bin gewachsen. Meine weißen Haare im Gesicht habe ich nicht vom Spiel mit Backpulver bekommen. Die habe ich bekommen, weil ich Lebenserfahrung habe. Die waren direkt, die waren ehrlich, die waren richtig, was du alles, was du von dir gegeben hast. Ich habe die immer wieder, habe ich gehört, auch auf deine Kundgebung. Mit denen konnte man nie reden. Die haben beleidigt, die haben bedroht, die haben rumgeschrien. Ich kenne die Kundgebung von dir und Michael Stützenberger. Und ich habe das mitbekommen. Auch hier drin habe ich ständig diese ganzen heftigen Beschimpfungen, diese ganz ekelhaften Beschimpfungen. Ja, klar. Mit solchen Leuten kann man einfach nicht reden. Der gerade hier reingekommen ist, der die ganze Zeit um den heißen Brei geredet hat. Ihr sagt ja, du weißt, kann man eigentlich mit Terroristen reden, Kian? Geht das? Das ist das Problem. Das ist das Problem. Es ist eine Form von Terror, einen Menschen in seiner Privatsphäre nicht in Ruhe zu lassen. Ich finde, es ist immer sehr tabu. Ich habe kein Bedürfnis, Fashion zu thematisieren. Aber ich bin jetzt gezwungen. Ich bin jetzt gezwungen, Hope zu thematisieren. Ich bin jetzt gezwungen. Es gibt keine Chance für mich. Ich habe heute wirklich große Hoffnungen gehabt. Ich habe gesagt, wow, Fashion, wo ich wirklich gedacht habe, wir hassen uns bis aufs Blut. Ich habe mich gewundert, dass wir miteinander reden konnten. Ich war wirklich überrascht. Und ich dachte, okay, alles klar. Aber es passierte, was passieren musste. Er wollte diese Konfrontation. Es interessiert ihn nicht. Er wollte den starken Mann zeigen, okay, dann muss ich auch so sein. Ich bin, ihr kennt mich da draußen. Ich bin kein Mensch, der Angst vor Konfrontationen hat. Sonst würde ich nicht in die Öffentlichkeit gehen. Ich habe einen hohen Preis dafür bezahlt, dass ich Deutschland verteidige und dass ich auf der Seite der AfD stehe als Migrantenkind. Ich habe einen hohen Preis dafür bezahlt, dass ich meine Abtrünnigkeit vom Islam öffentlich gemacht habe. Und das hat keiner von denen da draußen. Und deswegen werden Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Leute, ich habe Tausende von Fans da draußen, mich bei jedem Weg. Ich habe eine polnische Frau, sie ist Anwältin. Sie hat mich kontaktiert. Sie sagt, hey, ich vertrete dich kostenlos. Ich habe gesehen, was mit dir los ist. Anwälte wollen sogar kostenlos für mich arbeiten. Es ist alles da. Es ist alles da. Und ich bin gezwungen, diesen Weg jetzt zu gehen. Wenn der Erhan, der Erhan ist jetzt da, ich kenne den Erhan nicht. Er wollte hoch. Ich habe jetzt hier im Chat gelesen, dass der Erhan auch ein Problem mit dem Fashion hatte. Und ja, es gibt auch andere. Und ich hätte mir einfach heute das gewünscht, aber das ist jetzt aus und vorbei. Ich habe verstanden. Das Spiel ist eröffnet. Die Fronten sind jetzt klar. Und ja, und wir sehen weiter. Hope, du hast leider Gottes wieder einmal deine Chance verpasst. Du bist hochgekommen, hast du angefangen schäbig zu lachen, also sarkastisch zu lachen. Es machte keinen Sinn, dass du dich so verhalten hast. Aber ich dachte wirklich, vielleicht nach diesem Gespräch wirst du noch mal zur Vernunft kommen. Ja, und Amir, obwohl ich dich als Kapu-Juden bezeichnet habe, ich nehme das zurück, Amir. Ich nehme das wirklich zurück, weil in dir habe ich was entdeckt, was ich in Hope nicht gefunden habe. Und deswegen entschuldige ich mich bei dir, Amir, für die Vorwürfe, du seist ein Kapu-Jude. Und es tut mir leid, wenn ich dich so genannt habe. Ich habe im Nachhinein mir das alles durch den Kopf gehen lassen und habe gesagt, es war eigentlich völlig idiotisch, dich einen Kapu-Juden zu nennen, weil du wolltest einfach in der Mitte bleiben. Und ich wollte dich aus dieser Mitte herausziehen. Und deswegen sage ich hier öffentlich im Stream, Amir, es tut mir leid, wenn ich dich Kapu-Jude genannt habe. Ich würde wirklich, ich reiche dir wirklich meine Hand und ich entschuldige mich. Und wenn du diese Entschuldigung annimmst, das ist okay, aber ich höre mir auch deine Kritik mir gegenüber an und nehme die zur Kenntnis. Ah, da ist der Amir. Danke, dass du dich dafür entschuldigst auf jeden Fall. Ich habe deine Entschuldigung auch definitiv an. Okay. Ich würde mir einfach nur wünschen, Kian, dass du einfach nur auf deine Wortwahl achtest. Okay. Ich sehe auch und ich sehe, welche Arbeit du an sich leistest und was du halt alles für das Land Israel und Juden hier in Deutschland tust. Es würde einfach nur in meinen Augen positiverer Effekt werden. Und wir würden mehr Zuschauer haben, wenn man einige Wörter einfach nur auslassen würde. Ansonsten habe ich mit dir gar kein Problem, Kian. Ja, ich wollte, ich war auf Kriegsfuß mit dir. Deswegen hat es mich angepisst, wann immer du hochgekommen bist. Aber ich danke dir, dass du gezeigt hast, dass du reif bist. Im Gegensatz zu Fashion hast du Größe gezeigt. Wir waren schon im Beef miteinander und haben uns gegenseitig beschimpft. Und ich entschuldige mich für die harschen Worte dir gegenüber, weil das war einfach nicht in Ordnung. Weil wir sind im Grunde genommen auf der gleichen Seite. Ich entschuldige mich dafür. Und ich hoffe, dass du meine Entschuldigung annimmst. Ich meine das wirklich aufrichtig, weil ich ein Freund von jüdischen Menschen bin. Und mein Herz ist wirklich verletzt seit dem 7. Oktober. Ich ertrage es nicht mehr, wie viel Blutbad Muslime auf dieser Welt anrichten. Und deswegen hatte mich dieser ganze 7. Oktober sehr mitgenommen. Aber danke dir, Amir, dass du deine Sache angenommen hast. Ich nehme das an. Und ich glaube, das ist auch der perfekte Moment für mich, mich auch hiermit offiziell von TikTok zu verabschieden. Ich werde raus sein für eine lange Zeit. Und ich wünsche einfach nur, dass ihr euch alle quasi vertragt und dass nichts gerichtlich geäußert wird. Und probiert einfach miteinander zu reden. Du hast einen sehr guten Schritt gemacht, Kian. Es wundert mich, aber wirklich Respekt. Und ich wünsche deinem Kind, deinem Sohn wirklich nur das Beste, Gesundheit. Möge er lange leben. Also nur das Beste für dich und deine Familie, Kian. Danke, ich nehme deine Entschuldigung an. Vielen Dank. Ich wünsche euch nur das Beste. Danke euch. Recht herzlichen Dank, mein Bester. Recht herzlichen Dank. Danke dir. Wirklich, danke. Gut. Ja. Alles klar. Ihr seht, Freunde, der Konflikt wurde mal öffentlich diskutiert, rechtszivil. Aber keine Lösung in Sicht. Und so einfach geht's, schreibt Poppy, ganz genau. So einfach geht's. Man hätte das alles lösen können. Amir hat Größe gezeigt. Liegt wahrscheinlich auch an diesem jüdischen Charakter. Juden verstehen Humor. Und sie verstehen auch, sie haben die Schubse, sagt man, auch Dinge mal unterm Tisch fallen zu lassen. Und das finde ich gut. Und ja, es tut mir leid. Noch einmal und fertig. Mr. X-West, ich nehme jetzt niemanden mehr hoch. Und ich kenne dich auch nicht. Und deswegen gibt es jetzt auch keinen Grund, dich nochmal hochzunehmen. Das ist jetzt alles erst mal null und nichtig. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, liebe Freunde, ich beende jetzt den Livestream. Mezzomix, vielen Dank, dass du dabei warst, dass du mich ein bisschen, dass du richtig mich unterstützt hast. Danke dir nochmal so für das Rückenstützen. Ich wünsche deinem Sohn alles Gute vom Herzen, dass es ihm gut gehen soll. Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr gefreut. Kian, ich halte sehr viel vor dir. Du bist ein hochintelligenter Mensch. Und wenn du redest, du machst einfach alles. Ja, du kannst einfach die Welt verändern, weil du es richtig drauf hast. Ja, ich danke dir für die Einschätzung. Ich bin natürlich nicht unfehlbar. Ich kenne meine Ecken und Kanten. Aber ich bin kompromissbereit. Ich bin bereit, ich bin kompromissbereit, immer wenn ein Konflikt gelöst werden kann, auch mit Leuten, die ich nicht mag. Mir ist mein Frieden, mein persönlicher Frieden, der Frieden meiner Familie ist mir sehr sicher. Aber ich habe gleichzeitig aber auch ständig ein rotes Tuch. Und die Art, warum ich teilweise so aggressiv bin, ist, weil ich einfach immer den Moment mir vorstelle, mein Sohn liegt blutend auf der Straße, weil irgendjemand aus dem Milieu von Fashion & Co., von Isam Bayan, jemanden an meine Tür geschickt hat und mein Sohn vielleicht in die Schusslinie kommt oder meine Söhne. Und das geht mir an die Substanz. Und es entwickelt sich eine Krankheit in mir. Ich habe Magengeschwüre, ich habe Angst um meine Familie, nicht um mich, aber ich habe Angst um meine Familie. Und das wird vor Gericht auch eine Rolle spielen. Deswegen habe ich gesagt, beende den Cybermobbing, weil wenn ein Mensch durch Cybermobbing krank wird, dann werden die Richter verstehen, dass es ernst wird. Okay, also Leute, recht herzlichen Dank, dass ihr da wart. Ich steige jetzt aus und vielen Dank, dass ihr alle zugehört habt. Mezzomix, ich komme bald wieder rein und dann geht es weiter. Schöne Grüße an den Chat. Vielen Dank, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal dann. Und dann unterhalten wir uns. Alles Gute, Freunde. Bye, bye. Bye, bye. Gute Nacht. Mezzomix, mach's gut, mein Bester. Auf Wiedersehen.